Es ist ein Gespräch zwischen einem 24-jährigen Mädchen, die am Sterben liegt, und Iblis. Also es heißt Iblis nicht Iblis direkt, sondern einer seiner Armee, ein Schaitan oder ein Teufel. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, weil der Schaitan in diesem Gespräch sagt viele Sachen, die uns wachsam machen, also die uns aufwecken, dass wir uns in Acht nehmen müssen vor ihm. Und nicht nur in unserer Lebezeit, sondern auch, wenn wir am Sterben liegen. Und wie gesagt, dieser Moment des Todes, wo jeder sterben muss, jeder wird sterben, jeder muss sterben. In diesem Moment wird es eine Versuchung geben. Und diese Versuchung ist nicht einfach. Das heißt der Teufel, dein Feind, mein Feind und der Feind, alle Söhne Adam, Er hat sich vorgenommen und hat geschworen, dass er mit all seiner Macht versuchen wird, uns irre zu führen. Und wenn er das nicht schafft, in unserer Lebezeit, er wird es versuchen beim Sterben. Wenn wir am Sterben liegen, wo wir wenig Kraft haben, wo wir unser Verstand nicht mehr unter Kontrolle haben, wo wir sogar die Worte, die wir sagen, beim Sterben nicht unter Kontrolle haben. Denn in diesem Moment werden nur unsere Herzen sprechen. Das, womit wir beschäftigt waren, in unserer ganzen Zeit, in unserem ganzen Leben, das wird dann rauskommen und über unsere Zunge laufen. Und wir werden das aussprechen bei Ibn Allah, subhanahu wa ta'ala. Deswegen diese Geschichte finde ich, Allah'u alam, sehr wichtig. Und finde ich, Allah'u alam, sehr, sehr wichtig, damit wir, insha'Allah, versuchen, insha'Allah, eine Lehre daraus zu ziehen. Weil diesen Moment wird jeder erleben. Dieser Moment, die Trunkenheit des Todes, ist ein harter Fall. Wie ein Gelater wurde gefragt, Hassan al-Basri, sagt, rahimahullah, erzählt über einen Tabi, einen Schüler von Sahaba, sagt, als er am Sterben lag, ich habe ihn gefragt, als er starb nach seinem Tod, habe ich ihn im Traum gesehen. Ich habe ihn gefragt, wie war der Tod? Und obwohl er fremd war, tugendhaft, alhamdulillah, reschaffen war, er sagte bei Allah, subhanahu wa ta'ala, oder hätten sie mich lieber mit einer Säge durchgesägt, oder hätten sie mich lieber in einem Kochtopf gekocht, wäre es mir lieber, sogar er hat gesagt, 70 Mal gekocht zu werden, in einem Schüssel, sagt, ist mir lieber alles, diese Schmerzen vom Tod, al-Iyadu billah, die Trunkenheit des Todes. Das ist ein sehr, sehr schwerer Moment. Und viele leider heute in unserer Zeit haben diesen Moment vergessen. Viele sind so beschäftigt mit diesseitigem Leben, mit ihren Familien, mit ihren Kindern, adu billah. Wäre schön, wenn sie mit den Kindern und Familien beschäftigt wären, vielleicht, wenn sie denen den Islam beibringen würden. Das heißt, wenn wir die Kinder so stark erziehen, dass die Kinder so große Liebe haben in Allah, subhanahu wa ta'ala, dass sie begreifen, dass Allah der Nummer eins in unseren Herzen sein muss. Nummer zwei muss es der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, wenn sie die Kinder erziehen werden, dass das diesseitige Leben vergänglich sein wird. Dass das diesseitige Leben vergehen wird. Man erklärt den Kindern und erzieht die Kinder, dass die Kinder begreifen, wir sind hier auf einer kurzen Reise. Das heißt, wir befinden uns im diesseitigen Leben, nicht für die Ewigkeit. Sondern jeder von uns, an dem Tag, wo er von Mutterleib rauskam, hat sein Leben angefangen, weniger zu werden. Viele sagen, ich werde älter und ich werde stärker, mein Leben wird länger, zum Gegenteil. Das heißt, wenn Allah dir 60 Jahre bestimmte, subhanahu wa ta'ala, ab dem Tag, als du rauskommst, und du hast eine Stunde diesseitige Leben verbracht, dies ist eine Stunde weniger von deinem Leben. Deswegen, Hassan al-Bosir, rahimahullah, sagt, oh Sohn Adam, du bestehst aus einer Zahl. Und jeden Tag, wenn die Sonne untergeht, geht ein Teil von dir mit unter. Das heißt, jeden Tag, wenn wir schlafen gehen, dann ist ein Tag von unseren Leben weniger. Aber erfolgreich ist der, dass in Tage in der Gehorsamkeit gegenüber Allah, subhanahu wa ta'ala, verbringt. Das heißt, wir dürfen uns nicht ablenken lassen vom diesseitigen Leben. Wir dürfen uns von unserem Geld, Vermögen, Besitz, Kinder nicht ablenken lassen. Wir dürfen uns von der Schule, Studium, all das nicht ablenken lassen, denn all das ist vergänglich. Und das werdet ihr im Grab nicht nutzen. Das werdet ihr im Grab nicht nutzen. Das Einzige, was ihr nutzt im diesseitigen Leben und im Jenseits, ist dein Glauben und deine gute Taten. Mehr nicht. Und das werden wir gleich erkennen, wie in Allah, subhanahu wa ta'ala. Also ein Gespräch mit einem Teufel. Das kleine Mädchen liegt auf dem Bett. Sie ist 24 Jahre alt. Sie liegt auf ihrem Bett. Plötzlich wird sie vom Tod überrascht. Also dann sagt man so, überkam sie den Tod langsam. Aber das war ein fremdes Gefühl für sie. Sie ist jung. Sie hat ihre Zeit verspielt. Sie hat ihre Zeit verschwendet, für nichts. Sie liegt da. Sie empfindet komisches Kribbeln. In ihre Füße. Wie Ameisen kribbeln, subhanallah. Das Mädchen sagt, sie begreift, dass er der Tod ist. Aber sie will es nicht wahrhaben. Das ist der erste Schock. Die sagt, es ist nicht begreiflich, nicht verständlich. Wie kann es sein, dass ich jetzt sterbe? Ich bin noch zu jung, um zu sterben. Ich bin erst 24 Jahre alt. Das kann nicht sein, dass ich jetzt sterbe. Und sie sagt, ich glaube, ich bin am träumen. Und ich wache bald auf. Ich kann ihr sagen, Sayyidina Ali, radiallahu anh, sagte, die Menschen im dieszeitigen Leben sind am Schlafen. Und wenn sie sterben, wachen sie erst auf. Deswegen gebe ich ihr auch recht. Wo sie sagt, ich bin am träumen, ich wache jetzt auf. Das heißt, ihr Traum hat sie schon ausgelebt im dieszeitigen Leben. Diese falschen Träume, die sie hatte. Jetzt gehen sie zu Ende. Das heißt, wenn sie sterbt, wacht sie jetzt auf. Weil da beginnt das wahre Leben. Da beginnt das wahre Leben. Sayyidina Ali sagt auch anders. Sagt, die Menschen sind am Schlafen. Wenn sie sterben, sie werden erst aufmerksam. Sie sehen die Wahrheit mit eigenen Augen. Und das Mädchen gerade, erlebt diesen Moment, aber sie will es nicht wahrhaben. Das kann nicht sein, dass ich jetzt sterbe. Ich bin noch zu jung. Aber seit wann kennt der Engel des Todes oder macht der Engel des Todes Unterschied im Alter? Oder macht den Unterschied zwischen Alter und jungen Menschen? Seit wann macht der Engel des Todes Unterschied zwischen einem König und einem Sklaven? Seit wann macht der Engel des Todes Unterschied zwischen dem behandelnden Arzt und dem Patienten, der am Sterben liegt? Denn oft hat es erzählt, dass als der Mann lag am Sterben verkabelt und der Engel des Todes erscheint, komischerweise, er nimmt nicht den, der der krank liegt, sondern der Arzt, der behandelnde Arzt ist gestorben. Hier macht der Engel des Todes keinen Unterschied. Er hat Befehle, die er bekommt von Allah subhanahu wa ta'ala und er hat sie auszuführen. Und niemand kann ihn hindern. Der Engel des Todes macht keinen Unterschied. Ob du reich bist oder arm bist, das macht keinen Unterschied. Wenn deine Zeit gekommen ist, du kannst es nicht mehr hindern zu sterben. Aber das Mädchen war schockiert. Sie wusste nicht mehr, was sie macht. Die sagt, ich bin am Träumen. Sie versucht, dich zu beruhigen. Aber leider, der Moment ist gekommen. Das Mädchen ist verzweifelt. Die sagt, ich bin erst 24 Jahre alt. Ich glaube nicht, dass ich jetzt sterbe. Bald wird bestimmte Arzt kommen und mir helfen. Sie macht sich hoffen. Aber ich kann ihr sagen, dass wenn alle Ärzte dieser Welt kommen werden, alle Ärzte dieser Welt zusammenkommen und bei ihr sein werden, um sie zu behandeln und sie besitzen alle Geräte, die man braucht, um jemanden zu retten und alle Medikamente dieser Welt, um sie zu retten, Wallahi l'adim, sie werden da stehen, machtlos. Keine Macht. Sie können das nicht mehr ändern. Sie können es nicht mehr ändern. Weil das ist der Befehl von wem? Vom Allmächtigen, subhanahu wa ta'ala. Es ist ein Festgesetzesfrist. Die kann keiner ändern. Das ist das arme Mädchen, macht sich nur falsche Hoffnung. Vielleicht kommt gleich der Arzt zum Hilf mir. Aber in diesem Moment kann da keiner helfen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, keineswegs, wenn sie, also die Seele, das Schlüsselbein erreicht und gesagt wird, wer ist ein Zauberer, der ihn retten kann? Und wenn er meint, hier meint, das heißt, er hat die Gewissheit, jaqin. Und wenn er meint, dass es jetzt die Trennung sei, hier er meint, heißt er hat die Gewissheit, dass jetzt der Abschied ist. Es ist vorbei. Es ist aus. Du wirst das tiefseitige Leben hinter deinen Rücken lassen. Und du musst gehen. Denn das ist die Wahrheit in diesem Moment. Du wirst erkennen, du musst sterben. Und keiner kann dir helfen. Niemand kann dir helfen. Deine ganze Familie sitzt um dich herum. Deine ganze Verwandte, alle Ärzte kommen, alle versuchen, dir zu helfen. Aber sie werden erkennen, dass sie machtlos sind, dass sie unfähig sind, diese Seele aufzuhalten, damit sie nicht rausgeht. Allah sagt keineswegs, wenn sie, wenn sie die Seele, das Schlüsselbein erreicht und gesagt wird, wer ist ein Zauberer, der ihn retten kann. Und wenn er meint, dass es jetzt die Trennung sei und wenn bei ihm sich das eine Bein um das andere legt, hier bedeutet das, ein Unglück über das andere hereinbricht. Denn das ist der schlimmste Moment deines Lebens. Wir haben gesagt, dass alles, was du vorher erlebt hast, wenn jemand am Sterben liegt, er wird erkennen, dass alle Sorgen und alle Probleme und alle Unglücke, den er erlebt, das ganze Unglück, was er in seinem Leben erlebt hat und alle Katastrophen und Bedrängnisse sind gegenüber dem Tod nichts. Denn der Tod ist härter alles, alles, was du vorher erlebt hast. Alles, was vor dem Tod ist, ist einfacher als der Tod. Und alles, was nach dem Tod kommt, ist härter alles, der Tod selbst. Ist härter. Und Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, euch traf die Katastrophe des Todes. Allah nennt den Tod Katastrophe. Niemand bis jetzt konnte den Tod aufhalten. Faraon, Karun, Haman, all diese mächtigen Leute, all diesen Tyranen, sie haben Macht, sie haben Armee gehabt, sehr starke Armee gehabt. Sie sagen, die Armee von Faraon, damals er kann damit die Welt heute erobern. Aber hatten sie den Armee in dem Moment geholfen, als der Engel des Todes kam? Nein. Denn niemand, keine Armee in dieser Welt, kann den Engel des Todes aufhalten. Und keine Festung kann dir Sicherheit geben vom Tod. Egal, wo du dich befindest, der Tod wird dich erreichen. Egal, wohin du gehst, du wirst sterben. Sogar der Engel des Todes wird sterben müssen. Alle Engel werden sterben müssen. Jibril, a.s. Mikail, a.s. Und der Liebling Allah, sallallahu a.s. ist schon gestorben. Also wir werden auch sterben. Und dieser Moment erwartet uns jeder Moment. Jeder Atemzug. Jeder Herzschlag. Diese Herzschläge sagen dir, Abdullah, zwischen dir und der Tod braucht nur Allah ein Befehl zu geben, dass dein Herz stehen bleibt. Nur ein Befehl. Kun. Feier Kun. Fertig. Und das kann in jedem Moment passieren, denn der Tod ist verborgen gehalten. Warum? Es ist eine Weisheit dahinter, dass wir Angst bekommen. Angst bekommen und denken die ganze Zeit, der Engel des Todes kann in jedem Moment hereinbrechen. Der Tod kann in jedem Moment mich überraschen. aber heute leider, wer denkt so von uns? Viele sterben. Viele Verwandte von uns sind tot. Viele Freunde von uns sind gestorben. Viele, mit denen wir gesessen haben. Und wir sehen jeden Tag im Fernsehen Nachrichten Menschen sterben Tag und Nacht. Tausende manchmal auf einmal. Und das ist nicht umsonst. Das ist dafür da, damit wir nachdenken. Das sind Warnungen vom Engel des Todes. Das sind Warnungen für uns. Vielleicht bin ich der Nächste. Wie viele Menschen lagen zu Hause ruhig und friedlich. Die Tage ist es passiert, vorgestern. Ein Bruder von uns, ein Bruder von uns, ich will den Namen nicht erwähnen, sein Vater war gesund. Sein Vater war gesund. Er hatte keine Krankheit oder sowas ähnliches. Denn der Engel des Todes, wenn er kommt und wenn das Befehl kommt, dass er die Seele nimmt, es spielt keine Rolle, ob du gesund bist oder krank bist. Der Mann redet mit seiner Frau ganz normal hat gelacht mit seiner Frau und dann, als er schlafen wollte, hat er gesagt, seine Frau geht ins Bett, ich gehe ins Wohnzimmer schlafen. Ajit. Er legt sich hin, halt zwei nachts. Seine Tochter hört so lautes Schnarchen, aber kein gewöhnliches Schnarchen, ganz laut, aber das war ja kein Schnarchen, subhanallah. Sondern in dem Moment war der Engel des Todes in seinem Kopf gewesen. Und diese Geräusche, dieses Gurken, wie heißt es auf Deutsch ungefähr, das ist die Seele, die in seinem, hier am Schlüsselbein hängen geblieben, ist la'ubu billah. Und diese Geräusche. Die Tochter sucht, wer ist das im Dunkeln? Sie hat nicht gesehen, wer das ist. Sie sucht, aber keiner da. Dann geht sie sogar im Wohnzimmer, sieht ihr Vater so laut am Schnarchen, subhanallah. Als sie dort ankam, hat er aufgehört. Sie dachte, er schläft. Am nächsten Tag kommt die Mutter, wecker klingelt, klingelt, klingelt um 5 Uhr morgens. Die hat gesagt, er schläft, der Arme ist müde, macht die Wecker aus und geht ganz normal. Erst um 9 Uhr haben sie gemerkt, dass er tot ist. Er ging ganz normal schlafen. Ganz normal. Und wie viele Menschen sind schlafen gegangen, sie sind nicht mehr aufgewacht. Weil die Seele in diesem Moment, wie Brüder, wenn du am Schlafen gehst, du hast keine Macht mehr über dich selbst. Die Seele wandert aus. Die Gelähnten sagen, die hat einen Termin, eine Verabredung mit Allah. Und das jede Nacht, wenn du schlafen gehst. Versuch drei Tage lang nicht zu schlafen. Versuch dagegen etwas zu machen. Vielleicht schaffst du zwei, drei Tage. Aber du musst schlafen. Du wirst schlafen müssen, weil es ein Gesetz von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und wenn du zwei, drei Tage wach geblieben bist und dann wirst du schlafen, das ist eine Verabredung mit Allah in diesem Moment. Deine Seele steht vor Allah und Allah entscheidet. Allah entscheidet. Entweder schenkt er dir deine Seele wieder zurück oder du kehrst nie mehr zurück oder du kehrst nie mehr zurück. Komm, deine Mutter kann dich wecken, aber du stehst nicht mehr auf. Das heißt, dieser Tod lauert jeden Tag, liebe Mutter. Und wer der Nächste ist, das ist im Verborgen geblieben. Viele Menschen lenken sich ab mit Musik, mit Partys, Geld, Vermögen, Reichtum, Frauen. Sie wollen vom Tod nichts wissen. Sie wollen aber vom Tod nichts wissen. aber der Tod will von denen was wissen. Sie wollen nichts hören über den Tod. Wenn du mit ihm redest, die Achie sagt, du verderbst meinen Abend. Ich verderbe deinen Abend. Ich erinnere dich. Ich warne dich. Ich kann niemanden, der gestorben ist. Es ist hier auch passiert vor einem Jahr, glaube ich. Leider hat er nicht gebetet. Und nicht nur das. Ich erwähne den Namen nicht. Sondern er hat sich lustig gemacht über den Islam. Er hat sich lustig gemacht über Allahs Gesetze, subhanahu wa ta'ala. Über das Gebet und solche Sachen. Und leider hat er auch getrunken, das Allah. Ich erzähle so, was ist erlaubt zu erzählen, solange ich den Namen nicht erwähne. Es ist nicht gut, wenn ich den Namen erwähne, auch wenn er so schlecht gestorben ist. Das ist eine Sache zwischen ihm und Allah, subhanahu wa ta'ala. Einen Tag vorher, er war am Arbeiten, subhanallah, und sein Bruder schickte ihm einen Zettel, ein Buch über das Gebet. Und sein Bruder hat kurz vorher Reue gezeigt, subhanallah. Er ist zurückgekehrt zu Allah. Er macht sich Gedanken über seinen Bruder. Er hat gesehen, wie schlecht er gegen Islam spricht, er betet nicht, er trinkt, er macht sich Sorgen. Dann hat er ihm einen Zettel wie ein Buch geschickt, über das Gebet im Islam. Wie wichtig ist das Gebet im Islam? Er soll beten, er soll bitte aufhören mit all dem. Dann rief er ihn an, subhanallah, und sagte, warum hast du mir nicht ein Ticket für Pilgerfahrt geschickt? Macht sich lustig. Am nächsten Tag geht er arbeiten, Nachtsicht, im Laufband, Herzschmerzen. Sein Herz bleibt stehen. Kurz bevor er sich lustig gemacht hat, subhanallah. Also kurz bevor er sich lustig gemacht hat, über das Gebet, über seinen Bruder. Subhanallah, kurz danach ins Krankenhaus. Er hat nichts gehabt, keine Krankheit. Dann haben sie ihn ins Krankenhaus gebracht, er war schon tot. Er ist gestorben. Ein Tag vorher, Allah hat ihn noch gewarnt. Also jeder von uns hier muss jede Warnung wahrnehmen. Und der Engel des Todes hat viele Botschafter. Eins davon, die grauen Haare. Wenn du ein grauer Haar hast, viele verdecken das mit Farben, die färben das, machen schwarz, aber Wallahi, sie ist grau, ob du willst oder nicht willst. Und es wird noch einer folgen. Wenn ein grauer Haar rauskommt, und durch sie rausreißt, ein König einmal war sehr hübsch und sehr schön, MashaAllah. Seine Frau, seine Dienerin, seine Bedienteste, war eine sehr schöne Frau, aber sehr fromm und sehr tugendhaft. Und dieser König guckt immer im Spiegel und fragt sie, wie schön der ist. Eines Tages hat er ein graues Haar gesehen, graue Haare gesehen. Oh, hat Angst bekommen. Nicht nur Angst. Er sagt, wie kann sein ich, der König, der hübsche König, bekommt ein graues Haar, ein graues Haar. Wie geht das? Dann hat er die Frau gerufen und sie war sehr weise. Dann hat er dieses Haar weggemacht und die Frau hat es in die Hand genommen und tat so, ob sie dieses graue Haar zuhört. Dann guckt er sie, der König komisch an, sagt, was machst du da? Sagt, Ja, sagt er, was sagt die denn? Sagt er, Subhanallah, sie hat gesagt, ich wusste, dass du mich rausreißen würdest und ich bin nur rausgekommen, weil ich sicher bin, hinter mir kommt eine ganze Armee raus, dass viele graue Haare werden auskommen. Dann hat er geweint und diese graue Haare, sie hat ihm gesagt, diese graue Haare ist eine Warnung vom Engel des Todes. Wenn du graue Haare bekommst, das ist eine Botschaft für dich. O Diener Allah, nimm dich in Acht. Nimm dich in Acht, der Tod ist nah. Der Tod ist nah. Bereite dich vor, denn der Tod ist sehr nah. Dieser Mann hat angefangen zu weinen. Er hat gesagt, diese Worte von dieser Frau haben gewirkt und er hat gesagt, ich schwöre bei Allah, all das, was ich besitze, ist eine Spende für Sabirillah. Direkt ist eine Spende für Sabirillah. Sag, ich möchte dich heiraten, du bist meine Frau. Du bist erstmal frei für Sabirillah und danach willst du dich heiraten, weil du eine fromme Frau bist. Die Frau hat ihn geheiratet, sagt, er hat alle seine schönen Klamotten ausgezogen, alles ausgezogen, was er hatte und hat sich ein altes Gewand, alter, alter Gewand getragen und sagt, und die haben beide sehr, sehr enthalsam gelebt, bis sie starben. Ein graues Haar. Jakob, aleyhisselam, ein Prophet, saß zu Hause, als der Engel des Todes bei ihm reinkam und der Engel des Todes klopfte nicht. kam einfach rein und subhanallah, Jakob, aleyhisselam, guckt ihn an und sagt, bist du nur zu Besuch gekommen oder willst du meine Seele mitnehmen? Er sagt, heute bin ich zu Besuch gekommen. Nur die, der Engel des Todes, damals hat die Propheten besucht, hat er ein bisschen bei ihm gesessen und dann wollte er wieder gehen. Dann sagt er, Aleyhisselam, sagt zu ihm, hör zu, wenn du nächstes Mal kommen wirst, um meine Seele zu nehmen, bitte tu mir einen Gefallen, warne mich vorher. Du sollst mich vorher warnen. Dann nach vielen Jahren, viele Jahre sind entgangen, der Engel des Todes kommt wieder zurück, aber diesmal kommt er nicht als Besuch. Dann sagt er, und warum bist du heute gekommen? Er sagt, um meine Pflicht zu erfüllen. Was ist seine Pflicht? Sayyidina Yaqub, Aleyhisselam, seine Seele mitzunehmen. Der Engel des, der Sayyidina Yaqub, sagt Aleyhisselam, warum hast du mich nicht gewarnt? Ich habe dich doch darum gebeten, dass du mich warnst vorher. Sag, ich habe dich schon gewarnt. Sag, und wie denn? Sag, merkst du nicht, dass du alt geworden bist und dein Rücken ist krumm geworden, deine Knochen sind weicher geworden und deine Haare sind grau geworden. Hast du all das nicht gemerkt? Sag, das waren meine Warnungen an dich. Er sagt dann, jetzt bleibt dir nur eins. Ich nehme deine Seele mit. Das ist ein Prophet. Ein Prophet, der bittet den Engel des Todes um eine Warnung, um eine Botschaft vorher, damit er sich vorher vorbereitet für den Tod. Daoud Aleyhisselam, Daoud Aleyhisselam hat einen Fehler gemacht, eine Sünde gemacht. Und die Geläten sagen, er hat geweint, im Niederwerfen hat so viel geweint, bis Gras um ihn herum gewachsen ist. Bis Pflanzen um ihn herum gewachsen sind. Aus Angst vor Allah, subhanahu wa ta'ala. Ein einziger Fehler. Er sagt, wenn man ihm einen Becher gebracht hat zum Trinken, er trinkt ein Drittel davon und den Rest füllt er mit seinen Tränen, subhanahu wa ta'ala. Aus Angst vor Allah, subhanahu wa ta'ala. Ein einziger Fehler. Und dieser Mann, Daoud Aleyhisselam, eines Tages hat sein Zuhause geschlossen und ist rausgegangen. Als er zurückkam, sieht jemand, ist bei ihm zu Hause. Er ist sauer geworden. Daoud war sehr eifersüchtig, Aleyhisselam. Er geht da hin, Daoud Aleyhisselam, und ist sauer, sagt, wer bist du? Wie bist du überhaupt hier reingekommen? Er sagt, ich bin derjenige, der von Festungen nicht aufgehalten wird. Ich bin derjenige, der kein König fürchtet. Und ich bin derjenige, der die Könige nicht um, wir sagen, um Erlaubnis bitte reinzukommen. Und mich kann keine Armee aufhalten. Und ich akzeptiere keine Bestechung. Er sagt, wenn es so ist, dann bist du der Engel des Todes. Dann sagt er, warum hast du mich nicht vorher geweint? Daoud Aleyhisselam sagt, warum hast du mich nicht gewarnt? Warum hast du mich nicht aufmerksam gemacht, dass du kommen wirst? Er sagt, ich habe dich gewarnt. Wie denn? Sagt, dein Nachbarn ist gestorben. Dein anderer Nachbarn ist gestorben. Dein Freund, der und der ist gestorben. Es ist keine Warnung genug für dich. Und dann hat er seine Seele genommen. Sind wir bereit zu sterben? Warten wir auf andere Warnungen vom Engel des Todes? Der Engel des Todes wird nicht erscheinen, sagst du, ich komme demnächst. Denn der Engel des Todes wird nicht mehr heute gesehen. Das heißt, wenn du am Sterben liegst und überraschst dich, der Tod, erst dann siehst du den Engel des Todes. An dem Moment wird dann dein Kopf stehen und der Engel des Todes ist so groß, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dass das ganze dieszeitige Leben für ihn wie ein Tisch, ein kleiner Tisch, wenn du einen kleinen Tisch vor dir hast, ja, und auf diesem Tisch liegen vielleicht ein paar Erbsen und du greifst jedes Mal eine davon. So klein ist das dieszeitige Leben gegenüber dem Engel des Todes. So klein sind wir gegenüber ihm. Und beim Sterben wirst du ihn sehen. Entweder bekommst du die frohe Botschaft oder die Engel des Peinens werden es kommen und sie verkünden dir den Zahn, Allah subhanahu wa ta'ala, dass du von ewig in die Hand gehen wirst. La ilaha lallahu alaihi wa sallam. Sagt, und wenn bei ihm sich das ein Bein um das andere legt, das heißt, ein Unglück über das andere herein bricht, zu deinem Herren wird an jenem Tag das Treiben sein. In diesem Moment du wirst zu Allah geführt, subhanahu wa ta'ala. Jeder von uns, wenn er stirbt, seine Seele wird geführt. Entweder gehörst du zu dem Paradiesbewohner oder zum Helle bewohner alayyadu billah. Diese Stunde nennt man die Stunde der Wahrheit. Welche Wahrheit, liebe Brüder und Schwestern? Die Wahrheit ist erstens, du wirst erkennen, du bist ein toter Mann. Du wirst erkennen, du wirst sterben. Du wirst erkennen, du wirst deine Familie verlassen müssen. Du wirst erkennen, wenn du ungehorsam warst, dass du dein Leben einfach so verschwindet hast. Dass du dein Leben einfach so verspielt hast, sa'udu billah. Und wenn du gehorsam bist, du wirst erkennen, dass du wenig getan hast. Wenn der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam sagt, der Ungehorsame und der Gehorsame, wenn sie beide sterben, beide werden Bedauern empfinden. Beide werden Reue empfinden, Bedauern, weil sie sterben müssen. Warum? Der Ungehorsame ist klar. Der wird sich wünschen, zurückzukehren, um Reue zu zeigen, um alles wieder gut zu machen, was er falsch gemacht hat. Sogar im Hadith des Propheten sallallahu alayhi wa sallam sagt, er wird sich wünschen, wenn er gerade vom Mutterleib rauskommen wird, er wird sich niederwerfen, er wird sich niederwerfen vor Allah sallallahu alayhi wa sallam, bis er alt wird und stirbt. Wenn er die Wahrheit sieht, wenn du am Sterben liegst. Weil dieser Anblick ist sehr grausam, der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam, der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam, da ma inna al matla ala shadid, inna haula al matla ala shadid, das heißt, dieser Anblick ist sehr, sehr hart. Und der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam, die er verpasst hat in sein Leben, an der, an der, die Allah sallallahu alayhi wa sallam angebetet hat, jalla fi ula. Diese Momente, wo Allah vergessen hat, diese Momente vielleicht, wo er viel geschlafen hat, er wird sich wünschen, diese acht Stunden nachts, er geschlafen hat, dass er acht Stunden gestanden wäre und vor Allah sallallahu alayhi wa sallam, geweint hätte. Beide werden Bedauern empfinden. Und der, der zehnhundert Euro in seiner Tasche hatte und hat nur 50 gespendet, er wird sich wünschen, 100 gespendet zu haben. Weil hätte diese 50 ihn gerettet. Das heißt, jeder wird bedauern, wenn er am Sterben liegt. Jeder wird sich wünschen, mehr getan zu haben. Alles, Abdullah, der Vater von Jabr, radiyallahu an, staab als Muthira, als Shaheed. Jabr weint, weint, weint. Ich sage, warum weinst du, sagt der Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, zu ihm. Sag, Rasul, ich weine um mein Vater. Sag, gerade steht dein Vater vor Allah sallallahu alayhi wa sallam. Er steht vor Allah sallallahu alayhi wa sallam. Und zwischen ihm, zwischen deinem Vater und Allah, kein Dolmetsch und kein Schleier. Allah spricht direkt mit ihm. Sag, und dein Vater hat den Wunsch, nochmal zurückzukehren, um nochmal so zu fallen, für Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah, dass er gesehen hat, was Allah für ihn vorbereitet hat, im Paradies. Das heißt, er hat die höchste Stufe erreicht. Allah spricht mit ihm. Abdi, er wünscht dir, was du willst. Trotzdem, dieser Abdullah, der Vater von Jabir, radiyallahu alayhi wa sallam, hat den Wunsch, nochmal zu kommen, um nochmal so zu fallen, für Allah sallallahu alayhi wa sallam. Und so damit, wird seine Stufe erhöht im Paradies. Aber er hat die höchste Stufe. Und am Tag der Auferstehung, werden viele Paradiesbewohner, bevor sie ins Paradies reingehen werden, sie werden bedauern, empfinden, dass sie eine Stunde verpasst haben, in diesem Leben, an der sie Allah nicht gedenkt haben, sallallahu alayhi wa sallam. Weil vielleicht in dem Moment, du siehst, du bekommst ein Paradies, Alhamdulillah, ein Paradiesgarten sehr groß, Alhamdulillah, aber du siehst, andere haben höher Stufe als du. Und das ist dein ewiges Zuhause. Das heißt, du kannst es jetzt nicht mehr ändern. Die, die da oben, dürfen dich besuchen, aber du darfst nicht nach oben. Das heißt, die haben Dinge bekommen von Allah, die du nie im Leben sehen wirst, für die Ewigkeit. Aber sie dürfen bei dir kommen und gucken, was du hast. Deswegen sagt es, zwischen zwei Stufen im Paradies, 100 Jahre Unterschied. Sag, wenn der untere Spazierer geht im Garten, und der andere, der da oben, wenn er gegessen hat, und rausgeht, spaziert in seinem Garten, sagt, dann schwitze das Essen Moschus raus. In einer Version sagt, er rückt das alles Moschus raus. Sag, und der untere riecht das. Sag, was ist das für ein schöner Duft? Subhanallah. Nur das Essen. Dann sagen, das ist ein Paradiesbewohner von oben, hat gegessen, ist gerade rausgegangen, spazieren gegangen und das ist dieser Duft vom Essen, was er geschwitzt hat. Subhanallah. Aber das Problem, wenn wir sterben, wir wünschen uns zurückzukehren, um wieder gut zu machen. Aber du hast jetzt die Zeit. Du bist jung, Alhamdulillah. Du hast Kraft, du hast Energie. Also verwende diese Energie in der Gehorsamkeit gegenüber Allah. Bevor sie Allah wegnimmt, Subhanallah. Denn viele Menschen vernachlässigen zwei große Gaben, Gesundheit und Freizeit. Gesundheit und Freizeit. Sag, diese Stunde ist die Stunde der Wahrheit und vor dieser Wahrheit kann niemand flüchten. Es gibt keinen Ausweg in diesem Moment. Du kannst nirgends wohin flüchten. Weil warum? In diesem Moment, liebe Brüder, ist es so schlimm, so grausam sind die Schmerzen. Es kommen Engel zu dir. Und diese Engel, sie kommen, sie werden so sitzen, bei dir so weit das Auge reichen kann. Einer von denen ist so groß, sagt Rasulallah, wenn Allah ihnen das Befehl gibt, das diesseitige Leben, die Himmel und Erde, zu verschlingen, er wird es mit einem Biss machen. Und die wirst du sehen in diesem Moment. Und die werden dich festhalten. Sie werden all deine Glieder festhalten, damit du nicht flüchten kannst. Sonst, so stark sind die Schmerzen, so stark, so grausam, du könntest durch Meeren und Wüsten rennen. Und die Gelehrten sagen, diese Malerika, diese Engel, erschweren deine Zunge, damit du nicht schreien kannst. Sonst hättest du so laut geschrien, dass die Wände in diesem Raum kaputt gehen würden. Und die halten dich fest. Du kannst nirgendwo hin. Jetzt wirst du gebracht zu Allah. Dein Zuhause, dein wahres Zuhause, dein ewiges Zuhause, dein Grab, der dich erwartet. Entweder ein Grube des hellen Feuers, oder ein Paradiesgarten. Ist abhängig von dem, was du hier getan hast. Was hast du mit deiner Zeit jetzt gemacht? Wie viel Zeit haben wir verschwindet in unserem Leben? Wie viel haben wir gespielt, a'udhu billah? Wie viele Sünden haben wir begonnen? Haben wir überhaupt richtig Reue gemacht? Ist unsere Reue überhaupt bei Allah akzeptiert? Al-Hasan al-Basri, rahimahullah. Imam al-Tabi'in, der Führer al-Tabi'in. Dieser Mann, über den wurde gesagt, dass dessen Worte sind gleich, wie die Propheten. ein sehr starker Mann, ein Kalif hat gesagt, über den sagt, wenn dieser Mann unter einem Volk ist, dann, ich will nichts mehr wissen über das Volk. Er sagt, ich bin sicher, dass dieser Volk tugendhaft sein wird. Wenn er über das Jenseits sprach, man denkt, er kommt gerade vom Jenseits. Einmal kam er raus, seine Klamotten waren dreckig, und er war ungekämpft, stäubig. Die haben gesagt, was ist los, das ist ungewohnt bei dir. Er sagt, Wallahi, die Sorbe des Jenseits hat mein Verstand geraubt. Hat mein Verstand geraubt. Es hat mir keine Zeit gelassen, um zu gucken, wie ich aussehe. Oder wie meine Klamotten aussehen. Heute verpassen wir das Gebet, nur damit unsere Haare kämen können. Nur damit wir gut aussehen, für die Menschen draußen. Und deswegen verpassen wir die Gebete. Solche Kleinigkeit. Ein Mann heißt Salih al-Murri. Ein Tabei. Er hat sehr, sehr schöne Stimme, Koran-Stimme. Eines Tages saß er mit seinen Freunden, da erscheint ein Mann, sagt, der saß so aus, ob er gerade vom Grab aufgestanden wäre. Sagt, dann habe ich diesen Mann zu mir gerufen, sagt, seine Augen waren voller Tränen, dieser Mann. Dann habe ich ihn gefragt, was ist denn los? Was hat aus dir sowas gemacht? Sagt, Wallahi, die Gedanken an den Tod. Sagt, die Gedanken an das, was geschehen wird nach dem Tod. Hat aus mir sowas gemacht. Die Angst vom Jenseits hat sowas aus mir gemacht. Dann hat er sich hingesetzt. Dann hat er gesagt, ja Salih, du hast so eine schöne Stimme. Rezitiere für mich Koran. Und diese Saga al-Murri hat angefangen, nur a'udu billahi minash shaytan r-rajim. Sagt der Mann fällt um und wird ohnmächtig. Allah fällt um und wird ohnmächtig. Sagt, dann sind wir zu ihm hingegangen, haben ihn geweckt. Dann ist er aufgestanden. Das Erste, was er gesagt hat, sagt, nicht nimm mich nach Hause, um mich auszuruhen. Sagt, rezitiere weiter, mir gefällt keine Stimme. Der andere rezitiert Versen über Jahannam. Heute sprechen wir, hören wir a'udu billahi Kassetten über Jahannam. Keine einzige Träne wird vergossen. Das ist ein Beweis für unsere Hartherzigkeit. Das ist eine der schlimmsten Krankheiten heute diese Ummah. Unsere Augen sind ausgetrocknet, unsere Herzen sind hart geworden. Wir begreifen nicht, was uns erwartet. Dieser Mann hört noch mal diese Verse, fällt um. Sagt, diesmal haben wir versucht, ihn zu bewegen. Er war schon tot. Er ist gestorben. So waren die Menschen damals. So viel Angst hatten die vom Tod. Von dem, was sie erwartet nach dem Tod, obwohl sie so frum waren. Diese Menschen haben die ganze Nacht gebetet. Abu Hanifa, radiyallahu an, rahimahullah, 20 Jahre lang, er hat das Morgen, den Morgengebet mit Isha und Hu gebetet. 20 Jahre lang. Das heißt, 20 Jahre lang hat er nachts nicht geschlafen. 20 Jahre lang er betet, den Mawfajr-Gebet mit Isha und Hu. Warum? Weil er einmal kam und hört die Leute seine Gefährte erzählen von ihm, dass er nachts betet, viel betet. Aber er war nicht so gewesen, sagt, subhanallah, die Menschen denken so von mir und ich bin nicht so. Ab dem Moment hat er angefangen, nachts zu beten, bis er starb. Was ist mit uns? Was haben wir für das Hinsatz vorbereitet? Denkt er, unsere Verwandtschaft mit uns helfen? Rasulullah sagt zu Fatima und zu Aisha und zu Fatima sagt er, radiyallahu anha. Ja, Fatima, du sollst handeln, denn ich kann der Jumal-Qiyama nicht helfen. Ja, Khadija handelt, ich kann der Jumal-Qiyama nicht helfen. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er braucht nur Allah zu bitten. Allah wird ihm alles geben und trotzdem waren seine Tochter und seine Familie, alaihi sallallahu alaihi wa sallam. Was haben wir Jumal-Qiyama? Was werden wir Allah subhanahu alaihi wa sallam Sahaba werden kommen, einer wird seinen Kopf bringen, einer wird seinen Ohren bringen, ja Allah hier für dich, wird Bluten kommen für Allah subhanahu alaihi wa sallam. Einer bringt sein Bein, einer seinen Arm, Hamza wird total, Udubillah, verändert kommen bei Allah subhanahu alaihi wa sallam. Bluten, es sieht aus wie Blut, aber es riecht nach Moschus. In anderen Versionen sieht aus wie Safran und es riecht nach Moschus. Was sollen wir Allah sagen? Was haben wir für Allah getan? Und wir subhanallah, wir sind so, wir leben in Sicherheit. Wenn du mit den Muslimen redest, du fühlst, dass er sicher ist, subhanallah, hat keine Angst. Und Allah sagt, ich werde meinen Abd, meinen Diener nicht zweimal Angst machen und ich werde meinen Diener nicht zweimal Sicherheit gewähren. Sag, wenn er Angst hat in dieser Zeit, er gelebt, vor mir hat, ich werde in Sicherheit gewähren am Tag der Auferstehen, wo die Menschen Angst haben werden. Und wenn er sicher ist vor mir im diesseitigen Leben, ich werde ihnen Angst machen am Tag der Auferstehen. Und was für eine Angst wird das sein, sagt Jorupiah. Dass kleine Kinder, neu geborene Kinder werden graue Haare bekommen. Die, die keine Sünde haben, die, die noch nie einen Fehler gemacht haben, die Malaika schreiben noch nicht mal von denen, was sie gesagt haben oder was sie gesagt haben, die können noch nicht mal sprechen. Neugeborene, graue Haare für Angst. Sind wir bereit für diesen Tag? Haben wir genug Proviant gesammelt für diesen Tag? Wir sammeln Proviant, Maschallallah, wenn wir nach Marokko verreisen, wenn wir nach Tunesien verreisen oder aber was ist mit dem wahren Proviant? Was ist mit Taqwa Allah Azza wa Jal, das ist das beste Proviant? Was ist mit dem, sich hüten vor Allah subhanahu wa ta'ala, vor dem, was Allah verboten hat Azza wa Jal. Wie viele Male in diesem Leben haben wir die Grenzen Allah überschritten? Wie viele Momente in diesem Leben haben wir Allahs Gesetz und seinen Gesamten Sallallahu Alaihi Wasallam widersetzt? Wie oft? Wir können noch nicht mehr zählen. Wie viele Sünden haben wir gemacht? Kleine Sünden sagen wir. Klein. Wenn du einen Palast bauen willst, das sind auch kleine Steine. Aber daraus baust ein Palast. Genauso mit kleinen Sünden hast du Bergen von Sünden die du ertragen musst. Möge Allah uns bewahren von diesen Sünden inshaAllah. Sagt der Gelater, glaub mir, die Armee dieser Welt können den Tod nicht aufhalten. Keine Festung kann dich vor dem Tod sichern. Jetzt das Mädchen sagt, wieso hört mich keiner? Sie liegt hier am Sterben. Sie ruft, wieso hört mich denn keiner? Sie ruft, Vater, Mutter, Schwester, Bruder, wieso hört mich denn keiner? sagt das Mädchen. Hört mich denn keiner? Und subhanallah, sie sagt noch mal, plötzlich hört sie eine Stimme, eine fremde Stimme, die zu ihr spricht. Plötzlich sagt er, aber ich höre dich. Das ist eine fremde Stimme. Ich höre dich. Und die sagt, du, wer bist du denn? Er sagt, kennst du mich nicht? Ich bin's. Der Teufel, a'udubillah. Ich bin's, dein Gefährte, dein Freund, der dich dein ganzes Leben lang begleitet hat. Ich bin's, ich höre dir zu, die anderen können dir nicht mehr zu haben. Die anderen hören dich nicht. Und das ist die Versuchung des Todes. Das ist die Versuchung des Todes, und das ist der Teufel. Möge Allah subhanallah uns für ihn bewahren. Sagt, ich bin's, der Teufel. Sie sagt, ich suche Zuflucht bei Allah vor dir. Die sagt, was ist das für ein Spaß? Wer ist das? Sie hat die Sache nicht ernst genommen, aber der Teufel spricht zu ihr in diesem Moment. Er flüchtet in ihr, a'udubillah, in diesem Moment. Sein Ziel, seine Sorge, aduallah, sie irre zu führen in diesem Moment, wie er sie in ihrer Lebezeit irre geführt hat. Er versucht, sie vom geraden Weg, von der Wahrheit abzulenken, in diesem Moment, damit sie nicht alles Muslime stirbt. Und derjenige, der alles kafir stirbt, er ist verloren für die Ewigkeit. Verloren für die Ewigkeit. Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma sagt, radiyallahu anhuma sagt, die Ungläubigen sollen ruhig lachen. Die Ungehorsamen, lass sie ruhig so viel lachen, wie sie wollen. Sag aber, ab dem Moment, wenn sie sterben, wenn sie den Engel des Todes sehen, weil dieser Moment ist grausam genug, weil Sayyidina Ibrahim a.s. hat den Engel des Todes gesehen, wie er kommen wird zu den Ungehorsamen oder zu den Ungläubigen. schwarze, a.s. grausame Gestalt, komischen Gestank, sagt Sayyidina Ibrahim a.s. ist ohnmächtig geworden. Dann ist er aufgewacht, sagt, bei Allah, wenn dies die einzige Strafe des Ungehorsamen, des Ungläubigen und Wahrheit bestreite, sagt, dann hätte es genügt. Dann wäre es genug. Bei den Ungläubigen, a.s. wenn der Engel des Todes kommt in diesem Moment, das ist der Anfang der ewigen Strafe. Sagt, die fangen an, in dem Moment zu weinen für die Ewigkeit, sie hören nicht mehr auf. Weine heute vor Angst vor Allah, aus Angst vor Allah, weine aus Furcht vor Allah, weine aus Sehnsucht nach Allah, denn diese Tränen werden dir helfen dann eine einzige Träne, die du vergisst in dieser heutigen Leben, aus Forst für Allah, damit löscht Allah mehr in der Meeren von Jahannam, Flammen von Jahannam werden nur wegen einer einzigen Träne, gelöscht, und damit rettest du viele von deiner Familie, sogar im Hadith und Allah ersetze diese Tränen mit einer ewigen Freude im Jannah, nur weine heute ein bisschen, setz dich hin in eine Ecke, ganz allein, wo keiner dich sieht, und denk an deine Sünden nach, lese ein bisschen über Jahannam, lese ein bisschen über Allah, was er dir alles gegeben hat, wie viel hat uns Allah gegeben, wie oft hat Allah unsere Sünden vergeben, und wie immer wieder begehen Sünden, immer wieder sind wir ungehorsen, immer wieder sind wir undankbar gegenüber Allah denk ein bisschen daran, dass dein Leben von ihm abhängig ist, dass du im Grab niemanden hast außer Allah, dass du am Tag der Auferstehung niemanden hast außer Allah, über die Brücke Jau mal Qiyama musst du gehen und runter ist Jahannam und du hast niemanden außer Allah, aber wenn du heute Allahs Befehle vernachlässigt hast, wie soll Allah dir helfen Jalla wie soll Allah dir helfen wenn du ihn heute nicht hilfst ich meine damit dass du sein Glauben nicht hast seiner Religion nicht hilfst den Islam also helfe heute dem Deen von Allah dann wird Allah dir helfen subhanahu wa ta'ala das Mädchen sagt wer bist du er sagt ich bin's dein Vater ich bin's der Teufel sie sagt ich suche Zuflucht bei Allah vor dir was ist das für ein Spaß sagt das Mädchen sie sagt ich glaube es ist nur ein Albtraum und ich wache bald auf sie denkt immer noch dass es nur ein Traum ist sie macht sich falsche Hoffnung und die ganze Zeit sagt ich suche Zuflucht bei Allah vor dir sagt das Mädchen die ganze Zeit er sagt zu ihr jetzt sagst du sowas warum hast du ist nicht erwähnt nicht erwähnt in deine Lebezeit warum hast du nicht Zuflucht bei Allah von mir genommen als du noch am Leben warst warum hast du nicht gerufen zu Allah subhanahu wa ta'ala warum hast du nicht gebetet warum hast du nicht gefastet warum warst du ungehorsam und jetzt erkennen wir den Hadith von Rasul Nutze fünf aus bevor fünf dich erreichen Nutze dein Leben aus bevor du stirbst Nutze dein Leben aus bevor du stirbst Nutze deine Freizeit aus bevor du beschäftigt bist Nutze deine Gesundheit aus bevor du krank wirst Nutze dein Reichtum aus bevor du arm wirst Und da war noch einer Und nutze deine Jugend aus bevor du alt bist Fünf Nutze sie aus Das sind fünf Gaben große Gaben von Allah Nutze sie aus Denn jetzt wo sie am sterben liegt der Scheitan selber sagt zu ihr macht es lustig über sie Sag warum hast du sowas nicht vorher gesagt Warum hast du es nicht in deine Lebe Zeit gesagt Ganz Gott die zwei Brüder bitte sonst geht nicht Vielleicht trennt sie Unkonzentriert nach hinten könnt ihr spielen Es ist kein Problem Entschuldigung Ich bitte um Verzeih Wie gesagt das Mitten sagt Ich suche Zuflucht bei Allah Jetzt sagst der Scheitan sagt zu ihr Jetzt sagst du sowas Warum hast du nicht gesagt oder erwähnt in deiner Lebe Zeit wo du noch gesund warst wo du Zeit hattest Warum hast du nicht erwähnt Warum hast du nicht Allah um Hilfe gebeten der soll dich stand machen Warum hast nicht Allah darum gebeten dass er dich recht leitet Du warst ja beschäftigt Du bist noch jung Deine Jugend hat dich betrogen Du hast hast täuschen lassen vom Schmuck des Sisa gelebt hast dich täuschen lassen Der Schatan sagt zu ihr Warum hast du es nicht erwähnt vor diesem Anfall bevor du so weit gekommen bist Jetzt ist es zu spät Jetzt wirst du das nicht mehr helfen Jetzt ist Ende für dich Du kannst nicht mehr zurück gehen Du kannst keine guten Taten mehr machen Denn der Tod ist gekommen Der Schatan sagt zu ihr Jetzt sagst du das wo du am sterben liegst was für eine unverschämtheit ist das Er sagt zu ihr was für eine unverschämtheit ist das was du gerade hier sagst Denn das was du sagst wird dir nichts bringen Sie sagt Tod sterben was für ein Tod ich bin noch zu jung um zu sterben Jetzt der Schatan hat sie aufmerksam gemacht Er hat zu ihr gesagt Jetzt wo du am sterben liegst suchst du Zuflucht bei Allah vor mir Die hat das Wort sterben verstanden Die sagt zu ihm Tod im Fragezeichen Sterben Ich bin noch zu jung um zu sterben Was erzählst du denn da Sagt dann der Schaitan zu ihr Er hat das Wissen sagt Seit wann nimmt der Tod Rücksicht auf jung oder alt Denn es ist eine fest gesetzte Frist und die kannst du nicht mehr ändern Das spielt keine Rolle ob du jung bist oder alt bist Ehrlich gesagt wie oft haben wir gehört vielleicht in Nachrichten oder habt den Internet selber gesehen oder gehört dass Leute gerade verheiratet gerade verheiratet und sie waren unterwegs zu Schahru Al-Asal Schahru Al-Bassal ist geworden nicht Schahru Al-Asal Die sagen das sich der Monat Honig Monat nennen die ungefähr das heißt weil die Römer damals und die Männer und Frauen damals haben viel Honig einen Monat vorher gegessen weil den Honig checken viele Vitamine und Kraft für den Mann und die Frau damit er eine neue Information hat also einen Monat vorher viel Honig essen wie gesagt subhanallah wie viele Menschen wollten gerade unterwegs um ihren Monat zu genießen gerade rausgefahren mit dem Auto dann kommt das was sie nicht erwartet haben der Engel des Todes hat in der Ecke gewartet und du siehst das Auto zerquetscht beide sind tot und das sind mehrere ich habe mehrere Bilder gesehen gerade geheiratet sie gehen raus sie sterben beide neugeborene Kinder gerade geboren einen Tag geliebt sind tot hier in Bonn das ist bei zwei Brüdern habe ich erlebt einen Tag alt gerade raus alle hoffen dass er groß wird dass er Erfolg haben wird aber subhanallah dann bricht das herein das was sie nicht damit gerechnet haben der Tod überraschend sie haben es nicht gewartet wer erwartet von einem kleinen Kind einen Monat alt oder einen Tag alt dass er stirbt subhanallah aber der Tod macht keinen Unterschied der Tod macht keinen Unterschied Allah spricht subhanahu wa ta'ala wa li kulli ummatin ajal fa idha jaa ajaluhum la yastaakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuin Allah spricht jede Gemeinschaft hat eine festgesetzte Frist und wenn nun ihre Frist kommt können sie sie weder um eine Stunde hinaus schieben noch sie vorverlegen das ist eine festgesetzte Frist jeder von uns denn bevor wir raus kamen vom Mutterleib ein Engel kommt sagt ja Allah jung oder miet ja Allah unglücklich oder glücklich das heißt du gehörst uns paradies und fehlend feuer sagt Allah unglücklich oder glücklich entscheidet wieder Allah ja Allah seine versorgung schreibt arm oder reich ja Allah was soll ich noch schreiben sein Tod ist Zeit die steht auch fest das heißt wenn der Tod kommen wird wir können es nicht mehr ändern das geht nicht mehr das heißt wir müssen uns für diesen Moment vorbereiten ab heute nicht weglaufen vom Tod wir hören Tod wir kriegen Angst und laufen weg zum Gegenteil ich höre den Tod dieser Tod ist eine Wahrheit die kommen wird also der wahre Mu'min der Kluge ist der der sich am härtesten für den Tod vorbereitet und der den Tod am meisten gedenkt wie Ibrahim al-Adam sagt ich weiß dass der Tod sich auf den Weg gemacht hat zu mir also ich habe mich genauso auf den Weg zu ihm gemacht keine Angst sondern bereite dich vor Angst muss man haben aber nicht weglaufen vom Tod denn der Tod wird hinter dir her laufen der werde ich erreichen sondern laufe ihm entgegen wieder indem du dich mit guten Taten vorbereitest der Gesandte sagt zu Abadar schick dein Geld voraus wohin ins Jenseits das heißt spende dann wirst du Freude daran haben hinterher zu gehen genauso wenn du gute Taten hast vorausgeschickt hast du wirst Freude daran haben weil du wirst deine gute Taten treffen dich erwartet nur gutes wenn du gebetet hast wenn du gefastet hast wenn du Allah gedenkst die ganze Zeit wenn du deine Zunge nicht müde wird vom Gedenken wenn du spendest und Almosen gibst und du verrichtest die Abgabe und die Pilgerfahrt und du bietest das Gute und du verbietest das Schlechste und du veränderst dein Verhalten vom Schlechten zum Guten von dem was Allah liebt dadurch sehen dich die Menschen draußen das ist schon Da'wah viele Menschen sehen wie gut erinnern sich durch diesen Anblick an Allah und das sind die besten bei Allah und all diese Menschen die folgen und das gleiche tun was du getan ist an guten Tat und du bekommst die ganze Belohnung dann freust du dich zu gehen weil du hast etwas aufgebaut wo im Paradies aber wenn du nicht betest oder vielleicht betest und achtest gar nicht auf deine Gebete beispielsweise du gedenkst Allah nur wenig und du stehst auf zum Gebet ob Berge auf deine Schulter stehen werden mit großem Last wie ob das Gebet eine Strafe geworden ist subhanallah und das ist eine Verbindung zwischen dir und Allah ist eine Ehre für mich bei Allah zu stehen vor Allah zu stehen zwischen seinen Händen nieder zu werfen Allah ist eine Ehre für einen Mu'min und wenn ich Allah gedenke Allah erwähnt mich wenn ich alleine Allah erwähne und gedenke Allah erwähnt mich bei den Engeln subhanallah ist das keine Ehre und du stehst auf du bist faul zum Gebet du bist so schwer du willst gar nicht beten ob man dich zum Knast nehmen wird und du gedenkst Allah will das sind die Eigenschaften und wenn Allah lässt alles liegen und geht Allah Allah ist zum Gebet und Erfolg er lässt alles liegen das diesseitige Leben wird für ihn gleich gilt sein Allah Allah ist wichtiger in diesem Moment alles alles andere aber wenn du die Gebete vernachlässigst oder hinaus zurück dass du sogar außerhalb der Zeit betest du hast Angst zu gehen weil dich erwartet nur schlecht zu hauze im hell auf kibaut al i aad will la und n man von uns m sch in hal zain mit shaitan aad billah n s allah 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 zaktin qur'an yah 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 O ihr, die glaubt, nicht ablenken sollen euch euer Besitz und eure Kinder von Allahs Gedenken. Sag, diejenigen, die dies tun, das sind die Verlierer. Aber diejenigen, die sich ablenken lassen, von deren Besitz und Kinder, Arbeit, Reichtum, Vermögen, Spaß, Nafs, Schule, Studium, alles, was mit diesseitigem Leben zu tun hat. Diese Menschen sind die Verlierer. Und Allah erwähnt oft im Koran, der, der stirbt, alles unachtsam, alles ungehorsam, Allah sagt, dies ist der wahre Verlust. Du kannst alles in diesseitigem Leben verlieren. Das ist nur ein kurzer Verlust, ein begrenzter Verlust. Aber wenn du als ein Ungehorsamer stirbst, das ist der wahre Verlust. Denn dich erwartet die mächtige und die gewaltige Strafe Allah, subhanahu wa ta'ala, jalla fi'ula. Allah sagt, diejenigen, die dies tun, das sind die Verlierer. Und gibt aus von dem, womit wir euch versorgt haben. Bevor zu einem von euch der Tod kommt und er dann sagt, wenn er am Sterben liegt, mein Herr, würdest du mich doch auf eine kurze Frist zurückstellen, dann würde ich Almosen geben und zu den Rechtschaffenen gehören. Allah wird aber keine Seele zurückstellen, wenn ihre Frist kommt. Und Allah ist kundig, subhanahu wa ta'ala, am Gefähr dessen, was er tut. Das heißt, Allah, jalla fi'ula, weiß über alles Bescheid. Und wenn der Tod kommt und wir bitten Allah, ja Rabbi, lass mich zurück, ja Allah. Ich möchte zurückkehren, ja Allah. Ich möchte all das, was ich falsch gemacht habe, wiedergucken. Ich möchte meine Sünden bereuen. Ich möchte meine Sünden weinen, ja Allah. Ich möchte nur nach dem Moshe sitzen, ja Allah. Vom Gebet zu Gebet warten, ja Allah. Mehr will ich nicht. Ich werde kämpfen, fischer Wille Allah. Ja Allah, ich bin bereit, mein Leben dir zu geben. Ich bin bereit, alles zu machen, ja Allah. All das, was du sagst, all das, was du willst. Deine Befehle werde ich gehorchen, ja Allah. Deine Befehle werde ich befolgen, ja Allah. Deine Grenzen, die ich überschritten habe, möchte ich jetzt nicht mehr überschreiten, ja Allah. Ich halte mich daran, ja Allah. Ich bewahre deine Befehle, ich bewahre deinen Koran, ich bewahre die Haditha, ich bewahre die Sunna, ja Allah. Ich bin bereit, mein ganzes Leben zu geben für dich, ja Allah, subhanahu wa ta'ala. Aber trotzdem wird all das nicht mehr helfen. Tu das doch heute, weil dieser Moment wird kommen. Und ich bin sicher, viele von uns werden das auch sagen. Viele von uns werden das auch sagen. Wer sind wir? Ehrlich gesagt, wer bist du? Wer sind wir? Willst du wissen, wer du bist? Willst du wissen, wer du bist bei Allah, subhanahu wa ta'ala? Dann guck. Achter, guck einfach in dein Herz hinein. Und guck die Position Allah in dein Herz, wie sie ist. Guck, welcher Rand hat Allah, subhanahu wa ta'ala, bei dir. Wie wichtig ist Allah für dich? Dann weißt du wissen, wie wichtig du bei Allah bist. Aber achte heute, der Herr ist gesagt, guck dein Herz, wie wichtig deine Frau ist. Wie wichtig der Mann ist. Wie wichtig die Kinder sind. Wie wichtig unsere Arbeit ist. Wie wichtig unsere Schule ist. Wie wichtig unsere Prüfungen sind. Wie wichtig unsere Autos sind. Unsere Klamotten. Alles ist wichtig. Dann kommt vielleicht Allah, subhanahu wa ta'ala. Erst dann. Dann vielleicht kommt der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam. Dann kommt die Sunna von Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Also wir sind in Gefahr. Jeder von uns hier guckt, wenn du zu Hause sitzt, allein. Wo keiner dich stört. Alles ruhig, alles still. Sei ehrlich. Wie ist Allah? In deinem Herz. Hat Allah die erste Position? Ist Allah Nummer eins in deinem Herz? Oder nicht? Wenn Allah Nummer eins ist in deinem Herz, dann gehörst du zu denen, die Nummer eins sind, wie Allah, subhanahu wa ta'ala. Jalla fi'ulah. Der Schaitan sagt zu ihr in diesem Moment, A'udhu billah, sag jetzt ruhe ich mich aus, nachdem ich meine Mission erfüllt habe. Der Schaitan sagt zu diesem Mädchen, jetzt ruhe ich mich aus, nachdem ich meine Mission erfüllt habe. Sie sagt zu ihm, welche Mission? Was sagst du denn da? Er sagt, meine Mission hat ab dem Tag begonnen, als Allah Adam erschuf, an dem Tag, wo Iblis, adu Allah, geschworen hat, alle Söhne Adam irre zu führen und sie vom Weg abzuweichen. Sag, ab dem Moment haben sich die Menschen in zweierlei Parteien oder Gruppierungen geteilt, gespalten. Allahs Gruppierung und die Gruppierung des Teufels und die Gruppierung des Teufels. Sie sagt, oh wehe dir, was erzählst du denn da? Der Schaitan sagt zu ihr, sind diese Worte neu für dich? Diese Worte sind ja fremd für dich. Er sagt zu ihr und macht sich lustig über sie, verzeih mir, ich habe dich ja abgelenkt durch Musik und ich habe dir alles andere geschmückt, was verboten war. Ich habe vergessen, ich habe dich an Musik und Blödsinn daran gewöhnt. Sagt, es ist mein Fehler gewesen, ich habe dich ja abgelenkt. Der macht sich sogar da lustig über sie. Im diesseitigen Leben macht er sich lustig über uns, jedes Mal, wenn er uns besiegt, und uns dazu bringt, Sünden zu begehen. Weil das Problem, liebe Brüder, wenn wir Sünden begehen werden und danach weinen, wäre es kein Problem. Aber das Problem, wir weinen sehr wenig. Wir machen viele Sünden und wir bitten wenig um Allah und vergeben, subhanahu wa ta'ala. Und das Problem, wir werden immer älter und nicht jünger. Und das Schlimmste, das Schlimmste bei Allah subhanahu wa ta'ala ist der, der älter wird und seine Sünden sich vermehren und sein Vergeben, also sein Bitten und Vergeben bei Allah subhanahu wa ta'ala wird immer weniger und seine schlechten Taten werden immer mehr. Also ab heute, bevor wir diese 40 erreichen, hoffentlich erreichen wir diese 40 Jahre, inshaAllah, bevor du 40 wirst, arbeite daran, dass das Gute in dir das Böse besiegt. Dass die guten Eigenschaften in deinem Herz sich vermehren, die lobenswerten Eigenschaften, die Allah liebt, dass sie in deinem Herz stärker werden und dass die schlechten Eigenschaften weniger werden, die tattenswerten Eigenschaften weniger in deinem Herz werden. Jetzt musst du daran arbeiten, nicht sagen, ich warte, bis ich fertig bin, denn je länger du in diese Krankheit steckst, desto schwerer für dich wirst, diese Krankheit zu besiegen. Weil wenn die Krankheit, das Ahudu billah, die Krankheit besiegt, wenn die Krankheit dein Herz überwältigt, dann ist es für dich schwer, danach sie zu besiegen. Sogar stirbt dein Herz, und wenn das Herz stirbt, es ist schwer, dass er danach wieder aufwacht oder belebt wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns aufwecken, bevor wir sterben. Er sagt, sind diese Worte neu für dich? Er sagt, verzeih mir, ich habe dich an Musik und alles verboten, daran gewöhnt. Es ist mein Fehler gewesen, ich habe dich hier abgelenkt. Sie sagt, ich suche Zuflucht bei Allah vor dir. Ich gehöre zu Allahs Gruppierung. Ich bin besser als viele, sagt sie. Achtet auf diese Worte. Er sagt, sie sagt, ich bin besser als viele. Sie macht sich jetzt Hoffnung. Der Schatan sagt zu ihr, was für ein schönes Wort. Die, die in Jahannam sind, sagen auch, wir sind besser als die, die ganz tief unten sind, im Höllenfeuer. Die, die in Jahannam sind, weil Jahannam ist für die ungehorsamen Musliminnen. Und Jahannam hat sieben Stufen. Sieben. Eines schlimmer als der andere. 70 Jahre tief. 70 Jahre tief. Einmal werden wir über die sieben Stufen des Hellenfeuer sprechen, inshaAllah. Ihr werdet sehen, Jahannam ist das heimloste von Allah. Jahannam ist für die ungehorsamen Musliminnen. Vielleicht für uns, oder? Adubillah. Sie sagt, ich suche Zuflucht bei Allah vor dir. Ich gehöre zu Allahs Gruppierung. Ich bin besser als viele. Was für ein schönes Wort, sagt der Teufel. Denn die, die in Jahannam sind, sagen, wir sind besser als die, die ganz tief im Höllenfeuer sind. Aber der sagt, aber sie sind alle in der Hölle drin. Das macht keinen Unterschied. Er sagt, egal ob sie sagen, besser oder nicht besser, sind alle in der Strafe, in der Strafe, im Höllenfeuer. Adubillah. Alle waren ein Irrtum. Ob das kleine Irrtum oder große Irrtum ist, oder große Irrtum ist, das macht keinen Unterschied. Hauptsache, sie sind alle in der Hölle drin. Adubillah. Und das macht den Teufel glücklich. Sie sagt, ich habe aber kleine Sünde. Ich bin Muslimer. Ich habe kleine Sünden, sagt das Mädchen. Er sagt, nein, meine Gefährten, du hast gewaltige Sünden, aber ich habe sie klein in deinen Augen gemacht. Ich habe sie dir geschmückt, sagt der Schaitan. Adubillah. Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, wa ta'udu billahi minashshaytanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fazayyan lahum usshaytanu a'malahum, fa huwa waliuhumul yawm, wa lahum a'zabun alim. fazayyan lahum usshaytanu a'malahum, fa huwa waliuhumul yawm, wa lahum a'zabun alim. Allah subhanahu wa ta'ala, sagt um Gefährige Übersetzung, da schmückt ihnen, da zaten ihre Taten aus, so ist heute ihre Schutzha, und für sie wird es schmerzhafte Strafe geben, wa l'ayyadu billahi. Für sie wird es schmerzhafte Strafe geben, wa l'ayyadu billahi. Das schmückte ihnen, wer, der Schaitan, der Teufel, der Satan, wa l'ayyadu billahi minashaytanu a'malahum, ihre Taten aus. Das heißt, er hat diese Unzucht geschmückt für sie. Alkohol, Wein trinken, wa l'ayyadu billahi. Alle verbotenen Taten hat er geschmückt für die Menschen, um sie zu locken. Er schmückt das Ganze, die seite geleben. Alles, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, schmückt er für uns, um uns zu locken, adu allah. Du siehst eine Frau mit Minirock und du weißt, dass das eine verbotene Frau für dich ist. Du weißt, dass das verboten ist, wenn du sie anguckst. Aber jede Frau, die geschmückt, die geschmückt rausgeht und a'udu billahi, die teils angezogen ist, die teils nicht, die stellt sich zur Schulter draußen, zwei Teufel gehen mit ihr raus. Einer stellt sich vorne und einer hinten, sie schmücken sie für die Männer. Und dann guckst du, dann hast du eine Sünde begonnen. Bernd, du guckst, er macht sich lustig über dich. Denn du hast eine gewaltige Sünde gemacht und du für dich, ich habe ja nur geguckt. Das ist ein vergifteter Pfeil von Iblis, der dein Herz trifft. Und immer wieder machst du das, weil er schmückt diese Frau und deine Augen, a'udu billahi. Bis du Sinah machst, du hast Unzucht begonnen, dann wird dein Iman von deinem Herz entzogen. In diesem Moment. Denn wenn du Sinah begehst, Allah entzieht den Iman von deinem Herz, den Glauben von deinem Herz. Und dann kehrt dein Glauben wieder zurück, aber sehr, sehr schwach, schwächer alles vor. Weil du hast es durch diese Tat geschwächt. Weil der Iman war durch Sünde schwächer. Und diese Schwächer ist abhängig von der Größe dieser Sünde, al-Gubillah. Und all das ist, danach merkst du selber, dass es dir schlecht geht. Ein Muslim merkt. Das geht dir schlecht. Nach jedem Moment, wenn du eine Frau guckst, machst du das tut dir weh. Der, der ein lebendiges Herz hat, merkt es. Ein Gift im Herz, a'udu billahi. Du bedauerst, danach wirst du denken, ja Allah, Allah hat mir zugesehen. Allah hat mich gesehen, als ich das getan habe. Und das tut dein Herz weh, das macht dich depressiv. traurig, denn die Sünde verursacht Trauer und Angst. Und verursacht Sorgen die ganze Zeit. Erst dann, danach kannst du vielleicht wieder weinen. Und Allah hat mir gebeten, aber wir weinen sehr, sehr wenig. Möge Allah uns bewahren. Also nehmt euch in Acht vor diesem Iblis, a'udu billahi. Denn sein Ziel ist, das diesaltige Leben zu schmücken. All das, was Allah verboten hat. Aber die guten Taten, die Allah, subhanahu wa ta'ala, gebietet, geboten hat, macht er alles schwer. Er macht sie schwer. Er versucht dich zu hindern. Beispielsweise das Gebet. Und das kommt gleich über das Gebet. Das Gebet ist eine der besten Taten im Islam. Und er beweist dafür, dass Allah, subhanahu wa ta'ala, dem Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, diesen Nachtreiser erlaubt, damit er ihm diesen Geschenk geben kann. Das Gebet, das ist das Salah as Salah. Das kommt von Silah. Verbindung zwischen dir und Allah. Und er will nicht, dass du eine Verbindung hast, eine Beziehung hast, durch das Gebet mit Allah, subhanahu wa ta'ala. Wenn du zu Hause sitzt, beispielsweise du guckst an Fußballspielen. Jetzt kommt diese Weama von Suu, du sitzt vor dem Fußballspiel und er schmückt das Spiel, das Spiel die ganze Zeit. Er macht es dir so wichtig, subhanallah. Du hast eine halbe Stunde bis zur Moschee vor dem Gebet. Dann er kommt zu dir und er schmückt das Spiel, subhanallah. Du genießt das Spiel. 1 zu 0 für deine Mannschaft, man scha'allah, und das Spiel ist heiß. Tore ohne Ende, danach vielleicht, und die Tribüne ist voll, alle am schreien, verschiedene Farben, Fernsehen, so groß wie ein Kino, und du stehst da und du hast Tee, und Kekse und Cola, und die Frau, weiss Allah, die lenkt extra die Kinder ab und du bist sauer, wenn die Kinder was sagen, du hast eigene Atmosphäre gebildet. Der Scheitan hat ja eine schöne Atmosphäre gebildet, die ich in Jahannam bringen werde. Das scheint alles schön zu sein, das stimmt, aber wallah, das ist, und der Scheitan schmückt das Ganze damit du deine Pflicht vernachlässigst. Dann hast du halbe Stunde, sag ja, ich muss jetzt Wudu machen, endlich um zur Moschee zu gehen. Sag ja, das Spiel ist gleich zu Ende, warte doch ein bisschen. Der erste Bus ist weg. Dann subhanallah, eins, eins Verlängerung, Allahu Akbar. Oh, jetzt geh ich zum Moschee oder nicht zum Moschee, was soll ich jetzt machen? Das ist eine große Prüfung jetzt für dich. Ja Allah, geh ich, geh ich nicht. Jetzt Nafs sagt, guck, und dein Verstand sagt, nein, das Gebet ist wichtiger, aber er unterstützt ja dein Nafs, dein Ego, Allahu Allah. Er sagt, ja guck doch ein bisschen, ist doch nicht schlimm. Einmal hast du das Gebet verpasst, was ist das? Ja, wenn du einmal ein Gebet verpasst, im Moschee, in Gemeinschaft, du kannst dein Leben lang so viel beten, wie du willst, du kannst diese Belohnung nicht mehr nachholen. Ein Verlust für die Ewigkeit. Du kannst so viel nachts beten, wie du willst. Du kannst diese Belohnung von diesem Pflichtgebet nie mehr nachholen. Für die Ewigkeit. Ein Verlust. Und dann subhanallah, du sagst, nein, Allah, ich gehe jetzt, Allah, es ist wichtig, du stehst auf, du hast ihn besiegt, der erste Schritt hast du ihn besiegt, du machst Wudur, alhamdulillah, und du gehst raus. Auf dem Weg triffst du jemanden. Das ist oft passiert, da schickt er jemanden, Assalamu alaikum, wie geht es dir? Und vielleicht sogar einer von Jahiliyyah, oder eine Frau, die du kennst. Und dann fängt er die Unterhaltung. Das gefällt ihm jetzt den Unterhalt. Und dann besiegst du ihn in diesem Moment, du bist im Bus eingestiegen, du gehst, er versucht erstmal dein Herz, dieser Mensch, so schmutzig zu machen durch die Blicke, guck dir diese Frau an, guck dir diese Frau an. Bist du die Moschee erreichst und dein Herz ist schon tot, dann hast du nur noch diese Bilder beim Gebet. Dann sagst du, nein, ich besiege ihn jetzt, ich gucke nach unten, ich senke meine Blicke. Dann kommst du vor der Moschee und du hast alle Schritte ihn besiegt. Er sagt, du steht vor der Tür mit dir und sagt, okay, du hast mich jetzt besiegt, aber ich schwöre bei Allah, sagt er. Er selber schwört bei Allah. Sag, ich werde dich vom Moschee rausholen, vom Gebet so rausholen, nach Hause schicken, wie ich dich zum Moschee gebracht habe. Das heißt, ohne Belohnung. Er lässt dich rein, er gibt auf, aber der geht mit rein. Es wird erstmal zum Gebet gerufen, er läuft weg, weil er diesen Gebetruf nicht, aber er nicht vertragen kann. Dann aber beim Gebet, verrichten das Gebet, er kehrt zurück und setzt sich hin auf deine Schulter, auf der linke Seite und er fängt an zu erzählen Geschichten vor zehn Jahren. Sogar das Schlimmste, er fängt an mit dem Spiel. Was haben die gespielt jetzt? Oh, Verlängerung. Wer hat gewonnen? Meine Mannschaft oder die anderen? Wie viel steht das jetzt? Sind die weitergekommen? Sind sie nicht weitergekommen? Sind sie ausgeschieden? Nicht ausgeschieden? Er erzählt den ganzen Bericht vom Fußballspiel. Beim Gebet, er lenkt dich ab, damit du ohne Demut betest, damit du abwesend bist, in diesem Moment, während du vor Allah stehst, dein Herz steht vor dem Fernsehen. Dein Herz hast du beim Fernsehen gelassen, vor dem Spiel, aber dein Körper steht vor Allah und das ist dieser Häusler, dem Mut, Dein Körper sieht vielleicht für die Menschen demütig aus. Mascha Allah. Aber dein Herz ist woanders, nicht bei Allah. Und dann hat er gewonnen. Weil du dann aus dem Gebet rausgehst, wie du gekommen bist. Ohne Gebet. Ohne Belohnung. Das heißt, dieser Adiwallah, Iblis, schmückt alles, was Allah verboten hat, damit wir das begehen. Und, A'udu Billah, macht alles schwer, das, was Allah liebt und das, was Allah geboten hat, damit wir das nicht tun, A'udu Billah, damit wir alles verlieren, kommen am Tag der Aufmerksamkeit. Er sagt dann zu den Mädchen, ich habe nichts anderes getan, außer dich zu Ungehorsamkeiten einzuladen. Und du hast meine Einladung gefolgt. Ich habe dir das Verbotene geschmückt, sagt er. Das ist mein Job, seitdem so ein Adam existiert. Ich mache dir falsche Hoffnung die ganze Zeit. Ich lenkte dich ab vom Gebeten, von Gehorsamkeiten gegenüber Allah, von guten Taten. Und ich habe dich oft zum Vergessen gebracht. Du hast oft das Gebet vergessen, du hast oft Ramadan vergessen, ein Ramadan vergeht, zweiter Ramadan vergeht. Und du fasst es nicht. Du weißt noch nicht mal, wann Ramadan ist. Und sogar viele wissen noch nicht mal, wann die fünf Gebete sind. Wissen gar nicht. Obwohl sie beten. Der Beweis ist, dass du auf dein Gebet achtest, dass du immer achtest, einen Plan hast zu Hause, wann das Gebet ist. Immer achtest du da drauf. Weil das Gebet ist erst vollständig, wenn du pünktlich betest. Erst wenn du pünktlich betest. Und das Gebet pünktlich, liebe Brüder, wenn man pünktlich betet, am Anfang der Zeit. Es gibt ja zwei Zeiten für das Gebet. Erst mal das Erste, wo man das erste Mal zum Gebet ruft. Und die zweite Zeit, das Beispiel kurz vor, beispielsweise das Zuhr-Gebet, ist halb zwei. Das ist Anfangszeit. Und die Ende der Zeit vom Zuhr-Gebet ist kurz vor Asr. Das ist, also wenn du da betest, auch Alhamdulillah gut. Solange man nicht zum nächsten Gebet gerufen hat, gilt es immer noch die Zeit für den vorherigen Gebet. Aber der Unterschied an Belohnung, wenn man beispielsweise am Anfang der Gebetszeit betet, oder am Ende, der Gesandte Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, ein Hadith, Hassan, ein guter Hadith, Überlieferung, sagt, die Anfangszeit ist wie das Jenseits. Und die zweite Zeit ist wie das diesseitige Leben. So großer Unterschied. Und das diesseitige Leben gegenüber das Jenseits ist wie ein Tropfen im Ozean. Das heißt, so viel Belohnung hast du verloren, wenn du später betest. Du hast pünktlich gebetet, das gilt immer noch pünktlich, Alhamdulillah. Aber das ist eine Waffe vom Scheitan. Wenn du betest, er versucht, dich abzuhalten vom Gebet. Wenn du angefangen hast, er versucht, dir von deiner Belohnung etwas zu klauen, Adu Allah, weil er weiß, dass das auch ein Verlust ist im Jahr um Al-Qiyam. Du hast es bedauern und bereuen. Und das ist sein Ziel. Wenn du angefangen hast zu beten, Alhamdulillah, dass er langsam, langsam anfängt, irgendwie zu tricksen, damit du weniger betest oder später betest oder du hinaus zu über und er gebetet, A'udu Billah, oder vernachlässigt das Gebet, bis er dann irgendwann wieder schafft, dass du komplett das Gebet verlassen hast und A'udu Billah. Er sagt, das ist mein Job, seitdem so ein Adam existiert. Ich mache dir falsche Hoffnung. Ich lenkte dich oft ab. Ich brachte dich oft zum Vergessen. Ich habe dich dazu oft gebracht, die Reue sogar zu verzögen, A'udu Billah. Wie viele von uns manchmal sagen, okay, heute Nacht gehe ich nach Hause, ich mache zwei Rekaat Taube. Zwei Rekaat Reue, Ende aus, mein vergangenes Leben ist vorbei. Ich habe so viele Sünde gemacht, ich bereue diese Sünde, ich bedauere diese Sünden, diese vergangenen Nachlässigkeit. Ich will alles wieder gut machen. Ich möchte meine Beziehung, meine Verbindung zu Allah, subhanahu wa ta'ala, stärken. Ich möchte sie verbessern. Ich möchte, dass Allah stolz auf mich, ich möchte, dass Allah sich freut über meine Reue. Denn Allah, subhanahu wa ta'ala, freut sich über seinen Diener, wenn er Reue zeigt oder Reue nütisch zurückkehrt, wie jemand beispielsweise, der einen Kamel hat oder ein Pferd hat und wo alles, sein ganzes Proviant ist da drauf, was er braucht in der Wüste, um zu überleben. Subhanahu, dieser Mann macht Pause unter einen Baum, plötzlich macht er ein Nickerchen, sein ganzes Kamel oder Pferd mit all seinem Proviant ist weg. Das heißt, ihn erwartet der Tod. Nervös ist das nicht hier, wenn du hier in der Mekke Tankstelle hast, überall. Der sitzt da, hat aufgegeben, wartet auf den Tod. Plötzlich, subhanallah, kehrt sein Kamel zurück mit all seinem Proviant zurück, das, was sein Leben retten wird. Der Mann für Freude sagt, guckt zum Himmel und sagt, oh Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Herr. Hat vor lauter Freude andersrum gesagt. Normal muss er sagen, oh Allah, du bist mein Herr und ich bin dein Diener. So glücklich war der Mann, dass er das Wort gedreht hat. Oh Allah, du bist mein Diener, ich bin dein Herr, hat er gesagt. Allah freut sich mehr als dieser Diener über sein Proviant, über die Rückkehr seines Dieners. Sogar wenn jemand Reue zeigt und zurückkehrt zu Allah, subhanahu wa ta'ala, Jibril, alaihi salam, geht mitten in einen Engel im Himmel und leuchtet eine, wie sagt man das, eine Leuchtkrone vom Paradies. Die Engel sagen, was ist das? Warum machst du das, Jibril? Sag, heute hat sich jemand mit Allah versöhnt. Was für eine Ehre ist das? All deine vergangenen Sünden, Allah wandelt um zu guten Taten. Du brauchst nur an dem Moment ehrlich zu sein, mit aufrichtigem Herz und aufrichtiger Absicht. Ja Allah, ich kehre heute zurück zu dir, Allah. Ich werde räumütig zurückkehren, ja Allah. Ich bereue all das, was ich getan habe, ja Allah. Allah wird sich freuen. Wallahi, wenn wir wissen würden, wie sehr Allah sich freut über unsere Rückkehr, bin Allah, subhanahu wa ta'ala, wir werden schmelzen vor Freude. Wir werden schmelzen vor Freude. Aber das kennen wir leider nicht. Allahu akbar. Und da sagt Adulallah, jedes Mal, wenn du eifrig strebst nach dem Paradies, zu ihr sagt er das, sagt er, ich habe mich tausendmal mehr bemüht, dich ins Höllenfeuer zu bringen. Das ist ja sein Ziel. Er will uns allen in die Hand bringen. Er hat unseren Vater Adam, a.s. und unsere Mutter Hawa vom Paradies rausgeholt. Sein Ziel wird immer der gleiche sein. Uns irre zu führen. A'udu bled, damit wir alle mit ihm zusammen im Höllenfeuer sein werden. Hassan al-Basri, rahimahullah, weil diese Iblis arbeitet 24 Stunden. Es gibt Menschen, die arbeiten Frühschicht, manche Spätschicht, manche Nachtschicht. Aber der hat ununterbrochene Schicht. Ununterbrochen. Hassan al-Basri, rahimahullah, der wurde gefragt, schläft Iblis oder nicht? Er sagt, Wallahi, wenn er schlafen würde, dann hätten wir ein bisschen Ruhe gehabt. Wenn er schlafen würde, hätten wir ein bisschen Ruhe gehabt. Auf dem Traum seht ihr schlechte Sachen, stimmt? Das ist von ihm. Brüder, die nicht verheiratet sind, manchmal. Sie sehen oft Bilder von Frauen im Traum. Das habe ich von vielen Brüdern erfahren. Das Schaitan kommt und provoziert die Brüder sogar im Traum, die wachen auf mit schlechter Laune, die Arten. Und er versucht, durch diese Bilder, die er ihnen bringt, im Traum, deren Herzen wieder dazu zu bringen, diese Sünde zu wünschen. Aadu Allah. Das ist sogar im Traum, weil die schlechten Träume sind vom Schaitan. Das heißt, er arbeitet Tag und Nacht, wenn du schläfst, er schläft nicht. Und das merkt er selber, wenn ihr Fajr aufstehen wollt. Wie oft haben wir Fajr verpasst, besonders diese Zeit jetzt. Er sitzt da und uriniert in unseren Ohren, Aadu Allah. Schlaf noch ein bisschen. Wie weckt klingelt, Alhamdulillah, genug Zeit sagt, du hast noch zwei Minuten, schlaf ein bisschen. Schlaf, du hast noch zwei Minuten, kannst du aufstehen und beten gehen. Du wachst auf, sechs Uhr, sieben Uhr, die Sonne ist schon aufgegangen. Wer ist das? Er ist das Aadu Allah. Sein Ziel, uns allen Jahannam zu bringen, Aadu Allah. Möge Allah, Subhanu wa ta'ala, uns davor wahren, Inshallah. Bewah. Sagt, sie sagt, was sind meine Sünde, du böser Freund? Er sagt, das Erste, die Größte, die von mir meist geliebte, ist das Unterlassen oder Verlassen der Gebete. Ich habe dich dazu gebracht, sie zu verspäten, sie hinauszuzögern, dann sie zu vernachlässigen, dann habe ich es soweit gebracht, bis du sie verlassen hast, bis dein Herz starb. Das ist ein großes Erfolg für mich. Klare Worte. Ich wiederhole sie nochmal. Sie sagt, was sind meine Sünden, du böser Freund? Er sagt, das Erste, die Größte, die von mir meist geliebte, ist das Unterlassen oder Verlassen der Gebete. Ich habe dich dazu gebracht, sie zu verspäten, dann sie zu vernachlässigen, dann habe ich es soweit gebracht, bis du sie verlassen hast, bis dein Herz starb. Das ist ein großes Erfolg für mich. Es gibt eine kleine Geschichte, die erzähle ich euch ganz schnell, nicht alle, die Zeit reicht sowieso nicht für die ganzen Geschichten hier. Ich habe eigentlich viele Geschichten vorbereitet, aber manchmal merke ich das nicht, dass ich woanders lande, raus aus der Sitzung. Also wie gesagt, es gibt erstmal vier Arten von Menschen, was das Gebet betrifft. Das Erste, ich mache schnell, inshallah, es gibt Menschen, die das Gebet nicht als Pflicht sehen. Viele Muslimin sehen das Gebet nicht als Pflicht. Ich nenne sie nicht Muslimin, Walla Rasulam nennt sie auch nicht Muslimin. Sie glauben nicht daran, also die sind, wie sagt man, die sehen das so, die sind nicht verpflichtet zu beten. Es ist ja keine Pflicht im Islam. Ich muss es also nicht erfüllen. Und subhanallah, diese Menschen werden in Saqqar ausgesetzt. Saqqar ist eine Stufe in der Hölle, a'udu billah. Sagt eine Geschichte in Stadt Riyadh. In Saudi-Arabien ist es passiert, drei Jungs haben einen Unfall gemacht. Zwei waren sofort tot und der dritte ringte mit dem Tod. Ein Polizist bemerkte das und versuchte ihm das Glaubensbekenntnis beizubringen. Der ging zuerst auf ihn zugegangen, hat gesagt mit viel Liebe, sag, es gibt keinen Gott außer Allah. Sag, es gibt keinen Gott außer Allah. Immer wieder Testament versucht. Aber der andere war entrunken, hat das Tod, und er kämpfte mit dem Tod. Aber der Junge sagt die ganze Zeit, anafi saqar, anafi saqar, al-iadu billah. Sag, ich befinde mich in Saqar, ich bin in Saqar, ich befinde mich in Saqar, die ganze Zeit, bis er starb. Der Polizist fragte sich, was ist denn Saqar? Was ist das Saqar? Er wusste nicht mehr, was Saqar ist. Bis er den Koran gelesen hat. Und da drin steht geschrieben, Allah spricht Jalla fi'ula, ich werde ihn in Saqar aussetzen. Und was lässt dich wissen, was Saqar ist? Sie lässt nichts übrig und lässt nichts bestehen. Sie verändert die Menschen ganz. Außerdem, die Gefährte von der rechten Seite, sie werden sich im Garten befinden, und sie werden einander fragen nach den Übeltätern. Was hat euch in Saqar geführt? Sie werden sagen, wir gehörten nicht zu denjenigen, die beteten. Dieser Junge die ganze Zeit hat Saqar gesehen. Ich befinde mich in Saqar. Ich befinde mich in Saqar, und das ist unsere Zeit passiert, in Riyadh, in Saudi-Arabien, wo viel Koran-Schulen und Wissenschulen und Scharia-Schulen gibt. Wo fünfmal zum Adhan gerufen wird. Dort stirbt jemand, wal-Aiyadu billah, auf diese Art. Er sagt, ich bin in Saqar, ich bin in der Hölle, wal-Aiyadu billah. In einem Krankenhaus, in Saudi-Arabien, ein junger Mann, eine Frau liegt am sterben. Der Arzt war bei ihr, und dieser Arzt ist ein Gelater, subhanallah. Er sagt, von 21 Fällen ist nur einer Muslim gestorben. Nur einer, aiyadu billah. Und das ist in Saudi-Arabien passiert. Er sagt, ich bin rausgegangen, zehn Minuten, danach ruft mich die Krankenschwester, ich habe mich geeilt, zu der Frau. Ich sehe, ihr Gesicht war komplett verändert. Er ist schwarz geworden, wal-Aiyadu billah. Er sagt zu ihr, er sagt, la ilaha illallah, aber sie kann nicht sprechen. Am Ende des Mädels sagt zu ihr, ich sehe meinen Platz in Jahannam. Ich sehe meinen Platz in Jahannam. Und sie ist gestorben. Aiyadu billah. Weil wir unsere Religion vernachlässigt haben. Denn der Mensch wird so sterben, wie er gelebt hat. Und die anderen haben ja schon mal erzählt, als sie beim Sterben lag, sie hat gesagt, es gibt keinen Gott, außer Gesang oder Musik. Und sie starb auf diesem Zustand. Aiyadu billah. Und andere Gelehrten, subhanallah, die ihre Leben lang verbracht haben mit Wissen. Sie lehrten, sie haben Wissen gelernt, sie streben eintrig nach diesem Wissen. Und sie haben die Menschen Wissen gelernt. Sie sprachen nur über Allah, über das Jenseits, über das, was ihnen nutzt, im Diesseits und im Jenseits. Als er am Sterben lag, subhanallah, kamen seine Schüler zu ihm, um ihnen diese Glaubensbekenntnis beizubringen. Sie haben sich geschämt. Sie haben sich geschämt, weil er ihnen alles, alles beigebracht hat. Die haben gesagt, was sollen wir machen? Dann haben sie gesagt, wir erwähnen einfach den Hadith vom Propheten Mohammed, mit der ganzen Überlieferungskette. Sie haben angefangen, von dem bis dem, aber dann haben sie ein, zwei, drei vergessen. Der, der am Sterben liegt, der Gelehrte sagt, und von dem, von dem überliefert, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, hat gesagt, derjenige, der vom diesseitigen Leben rausgeht, und sein letztes Wort ist, la ilaha illallah, und starb. Er hat den Hadith zu Ende gemacht. Er hat die Überlieferungskette zu Ende gesagt. Und er kam bei dieser Buchstabe H, la ilaha illallah, und starb. Dachal al-Jannah. Allahu Akbar. Manche rufen zum Gebet, wenn sie das Gebetsruf, das Gebetsruf in Adhan, zu Ende gerufen haben, sie kommen bei la ilaha illallah, und sie fallen um und sterben. Subhanakirab. Und der andere, a'udu billah, in Riyadh, in Sa'di Arabin, er lag am Sterben. Seine Freunde bitten ihn, bitte sag la ilaha illallah, bitte sag la ilaha illallah, das wird er nutzen. Wen ist es wert? Allah, alterne Sünden dadurch vergeben. Du weißt, als Muslim, wenn sie sterben. Am Ende hat er gesprochen, sagt, bitte gib mir eine Zigarette. Für die, die rauchen. Für die, die abhängig geworden sind von Zigaretten. Jedes Mal, wenn er Sorgen hat und sauer wird, greift er die Zigarette an, macht nichts für den Ka'at. Er sucht die Zigarette. Beim Sterben genauso. Die letzten Worte von ihm hat gesagt, bitte gib mir etwas zu rauchen und sterben. Und Zigaretten, liebe Brüder, ist Selbstmord. Das steht auf dem Packen drauf, oder? Ist tödlich. Das heißt, du weißt, dass das dadurch Krebs verursacht. Und Krebs ist eine tödliche Krankheit. Das heißt, du begisst selber Selbstmord. Und der Rasulullah s.a. derjenige, der sich selber tötet in dieser heutigen Leben, wird ewig in Jahannam sein. Hadith Sahih. Ewig. Das heißt, die, die spielen mit Zigaretten, sagen, das ist nur eine Sache, die Allah nur hasst. Das ist etwas, was Allah verabscheut. Etwas Biderwärtiges. Es ist verboten im Islam. Und selbstmord ist eine der größten Sünden im Islam. Du wirst dich ewig in Jahannam töten, wie du dich im dieszeitigen Leben getötet hast. Ein anderer, subhanallah, man sagt zu ihm, sag la ilaha illallah, sprich, es gibt keinen Gott außer Allah. Sag einfach. Was sagt er? Er sagt, bring mal den Koran. Seine Freunde haben sich gefreut. Das ist ungewohnte Tat von ihm. Er hat den Koran vernachlässigt. Sie haben gedacht, er will vielleicht den Koran küssen oder in den Arm nehmen oder vielleicht ein Vers lesen und sterben. Er hat gesagt, ihr seid alle meine Zeuge hier. Ich verleugne den Herrn dieses Buchs und starb. Alles Kaffir. Und starb, weil er sein ganzes Leben lang nicht mit Islam zu tun hat. Deswegen, liebe Brüder, es ist nicht einfach beim Sterben, dass wir das sagen, was wir wollen, sondern das, was uns im Leben dominiert hat, was unser Herz dominiert hat im Leben, das, was uns beschäftigt hat die meiste Zeit, das wird unser Herzen überwältigen, auch beim Sterben. Und das Herz wird so gepresst, bis das Letzte rauskommt vom Herzen, was tief drin gesessen hat. Ein Mann hatte einen Koffer voller Geld und fährt mit Auto und Macht und Unruhe. Und das alles in islamischen Städten. Das heißt, nicht islamische Stadt, sondern Titel halt, islamisches Land. Aber die leben nicht nach Scharia. Das heißt, wer fährt sein Auto voller Koffer mit Geld, macht einen Unruhe, sein Koffer fliegt in Luft, sein ganzes Geld fliegt. Er starb und ruft nach seinem Geld. Mein Geld, mein Geld und starb. A'udhu Billah. Das heißt, wir müssen uns in Acht nehmen, denn der Mensch wird so sterben, wie er gelebt hat. Die erste Sorte sind die hier, A'udhu Billah, die in Saqqar sein werden. Die zweite Sorte, es gibt Menschen, die wissen, was das Pflicht ist, aber sie verrichten es trotzdem nicht. Dessen Strafe wird Al-Ghay. Al-Ghay ist ein Fluss in Jahannam, ist ein tiefer Fluss, ein ekliger Fluss, Schmeckt sehr, sehr eklig, die werden davon trinken und ist sehr, sehr tief. Das heißt, der Fluss ist nicht aus Wasser, sondern aus dem Höllenfeuer selbst. Und das nennt man der Fluss des Verlustes. Da werden die meisten Verlierer drin sein, das sind die, die wissen, dass es Pflicht ist, für sie zu beten, aber sie beten trotzdem nicht. Dieser Reihe ist ein Fluss in Jahannam, sehr tief und eklig. Das ist der Fluss des Verlustes. Allah spricht, dann folgen nach ihnen Nachfolger, die das Gebet vernachlässigten und den Begierden folgten. Sie werden, so werden sie den Lohn für ihre Verirrung vorfinden. Das ist die Strafe für die Jäume al-Qiyama, dieser Fluss in Jahannam. Die dritte Sorte sagt, es gibt Menschen, die achten nicht auf die Gebete. Sie zögern sie immer aus. Sagt nur wegen deren diesseitigen Angelegenheiten, beispielsweise wegen Fußballkuchen, wegen Fernseher, wegen einer Serie, wegen das Essen, wegen das Trinken, wegen Klamotten einkaufen, wegen Bummeln und keine Ahnung, was es noch gibt, wegen Studium, Schule, Arbeit. Sheikh bin Baz, Rahimahullah sagt, derjenige, der sein Gebet vernachlässigt wegen seiner Arbeit, diese Arbeit ist kein Argument. Es ist ein Fatwa von Sheikh bin Baz, Rahimahullah. Das heißt, eine Arbeit, es ist kein Argument, aber es ist leider das Problem, es ist noch schlimmer. Viele, sogar, wenn der Chef sagt, entweder Gebet oder Arbeit, er hört auf zu beten, wal ayyadu billah. Er hört auf zu beten. Er vernachlässigt sein Dien. Er vernachlässigt sein Glauben wegen ein paar Euro, wal ayyadu billah. Und das Gebet ist einer der besten Gründe, warum du versorgt wirst. Das heißt hier, durch die Ungehorsamkeit wird dein Unterhalt, Lebensunterhalt weniger. Und durch die Gehorsamkeit gegenüber Allah wird dein Unterhalt mehr und mehr. Aber wir haben leider den Islam heute falsch verstanden. Sag, sie sind so beschäftigt, die merken es noch nicht mal, dass die Zeit vorbei ist. Allah spricht, wer nun die Betenden, denjenigen, die auf ihre Gebete nicht achten. Sa'd ibn Nabi Waqqas radiyallahu anha'ala sagte, ich fragte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam nach diesem Vers. Er antwortete, das sind die, die das Gebet hinauszügen, verspäten. Das heißt, sie beten außerhalb der Zeit. Das heißt, sie beten Dohr in Asr-Zeit. Also das Mittagnachmittag-Gebet beten sie in Spätnachmittag-Gebet. Maghreb-Zeit, das Abends-Gebet beten sie in Isha-Gebet. Und sie haben nichts zu tun außer Kleinigkeiten. Das heißt, sie haben genug Zeit. Aber sie vernachlässigen das Gebet. Sie achten gar nicht auf die Gebete. Al-Ayyadu billah. Vom Prophet sallallahu alaihi wa sallam wird berichtet, dass er einmal über die Gebete sprach. Und unter anderem sagte er alaihi wa sallam, wer sie einhält, ist ein Rat von Rasulullah sallim, für den werden sie am Tag der Auferstehung zu einem Licht, einem Beweis und zur Rettung. Und wer sie jedoch nicht einhält, für den werden sie nicht zu einem Licht, einem Beweis und zur Rettung. Und am Tage der Auferstehung wird er zu den Gruppen von Qarun, wir sagen auf Deutsch Qura oder so, heißt Qarun, Faraun, Farao und Haman und Ubay ibn Khalaf gehören. Und das sind die Feinde Allahs. Es ist ja auch mal Qiyama, wenn du das Gebet vernachlässigst, extra später betest, ohne Grund, du wirst zu denen gehören. Qarun, Faraon, Haman und Ubay ibn Khalaf, die Feinde Allahs und die Feinde des Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Qarun und Haman, das waren mächtige Untergebene des Farao zur Zeit von Musa alaihi wa sallam, Moses alaihi wa sallam. Ubay ibn Khalaf, Gegner vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam von Quraish. Und mit diesen vier Basu, Yawm al-Qiyama sallallahu alaihi wa sallam, Feuer gehen wir al-Iyadu billah. Allahs Gesandter sagt sallallahu alaihi wa sallam, zwischen einem Menschen und dem Unglauben liegt auf dem Weg dorthin das Unterlassen der Gebete überliefert von Muslimen, von Jabir radiallahu alaihi wa sallam. Viele sagen heute, und ich erwähne eine Sache, sehr wichtige Sache. Wenn jemand nicht betet oder das Gebet verlassen und stirbt und er hat das Gebet verlassen, Imam Ahmad rahimahullah sagt, er geht nach diesem Hadith, ich bedauere einen Hadith. Allahs Gesandter hat gesagt, zwischen einem Menschen und dem Unglauben liegt auf dem Weg dorthin das Unterlassen der Gebete oder Verlassen der Gebete. Das heißt, er gilt nicht mehr als Muslim, er ist kein Muslim. Er ist kahr, ungläubig. Er darf nicht gewaschen werden, er darf nicht gewaschen werden, auch wenn es dein Vater oder deine Mutter ist oder dein Bruder ist. Ihr geht nicht nach Gefühlen. Man sagt hier, er darf nicht gewaschen werden und man darf nicht den Totengebet hinter ihm verrichten und darf nicht im islamischen Friedhof beerdigt werden. Und sogar am Ende sagt Imam Ahmad rahimahullah und wird im Müll geschmissen. So ist die Lage von dem, der seine Gebete vernachlässigt und gar nicht betet. Aber viele heute gehen leichter mit um. Sogar sie beerdigen diese Menschen mit Musliminnen im Grab. Im gleichen Grab. Und ich habe gefragt, Sheikh Abdullah er sagt, der Muslim, wenn ein Käfer mit ihm im Grab ist, er bekommt, subhanallah, er bekommt von diesen Schmerzen mit. Das heißt, du tust den Muslimen damit weh. Du schadest den Muslimen der Armen seinem Kabr. Das heißt, wir müssen nach diesem Gesetz leben. im Islam. Wenn er nicht betet, nie gebetet wird, ist ein Käfer. Ist ungläubig. Es gibt nicht die, ja, der ist ein Sündiger oder Freibler. Nein. Ein Freibler ist ja, der betet, vielleicht vernachlässigt ab und zu mal die Gitarbe verlässt, nicht das Gebet komplett. Vielleicht hat er Sünde gemacht ab und zu mal, der gehört als ungehorsam an Muslim. Aber der das Gebet verlässt, ist Käfer. Das ist ein Hadith vom Prophet Muhammad s.a.w. Und die besten, die vierte Art sind die besten bei Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt, den Gläubigen wird es ja wohl ergehen, denjenigen, die in ihrem Gebet demütig sind und diejenigen, die ihre Gebete einhalten, das sind die Erden, die das Paradies erben werden. Ewig werden sie darin bleiben. Das sind die, die ihre Gebete bewahren, ihre Gebete beeinhalten. Sie vervollständigen das Gebet, sie machen richtig Wudu, Alhamdulillah. Sie beten immer pünktlich und sie haben Demut beim Gebet. Über Thema Demut, es gibt Freitag insha'Allah für die Brüder in unserer Moschee dahinten insha'Allah am Obermarkt eine Sitzung über diesen Thema Khushu'ah, Demut im Gebet insha'Allah. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich ratee jedem Bruder dahin zu gehen. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema wie Ibn Allah subhanahu wa ta'ala, damit wir wissen, was Demut überhaupt ist. Viele wissen nicht mal, was bedeutet Khushu'ah im Islam. Ob das Pflicht ist oder nicht Pflicht, ob das Gebet ohne Demut akzeptiert wird oder nicht akzeptiert wird, dort gibt es eine Sitzung jeden Freitag um 7 Uhr für die Brüder nur. Dort ist sehr, sehr wichtig. Einmal machen wir das für die Schwestern hier, wenn Allah die Zeit dafür gegeben hat. Insha'Allah hab al-Alamin. Wie gesagt, der Teufel hat gesagt, das Erste, die Größte, die von mir meist geliebte, ist das Unterlassen oder Verlassen der Gebete. Ich habe dich dazu gebracht, sie zu verspäten, dann sie zu vernachlässigen. Dann habe ich es so weit gebracht, bis du sie verlassen hast, bis dein Herz starb. Das ist ein großes Erfolg. Sie möge Allah dich verfluchen und was noch? Vieles sagt er, aber das genügt ja eigentlich. Sie sagt, ich habe keine andere, obwohl diese Gebete, das Verlassen der Gebete ist keine Katastrophe für mich. Er sagt langsam, langsam, du wirst sterben und in deiner Akte steht, dass du mehr als hundertmal Unzucht begonnen hast. Hundertmal Sinner. Sie sagt, ich hatte mich mit keinem Mann, ich hatte mit keinem Mann was gehabt. Was erzählst du denn da? Er sagt, du hast in deiner Akte, langsam, langsam, du wirst sterben und in deiner Akte steht, dass du mehr als hundertmal Unzucht begonnen hast. Sie, ich hatte mit keinem Mann was gehabt. Er sagt, du hast recht. Das hast du nicht. Aber du bist doch öfter zum Markt gegangen. Du warst auch oft draußen spazieren. Du warst auch oft bummeln, hast du ja gesagt. Du bist auch oft zur Schule gegangen oder zum Uni gegangen. Das habe ich dazu gefickt, nicht er hat das gesagt. Du bist rausgegangen, aber parfümiert. Du warst voll parfümiert, hast du es vergessen? Du hast dein teuerstes Parfüm benutzt, damit du gut riechst. Damit die Männer das riechen können. Hast du das vergessen? Jetzt kommt der Hadith vielleicht, inshaAllah, für die, die mit Parfüm rausgehen und sehen das alles ganz, ganz kleine Sünde, Aulubillah. Sie, ja und, es ist ja nur noch Parfüm, was habe ich denn gemacht? Was ist denn daran schlimm? Er sagt, viele Männer haben an dir diesen Duft gerochen. Viele Männer, weißt du denn nicht, dass jede Frau, die parfümiert rausgeht, Ehrbrecherin ist? Weißt du das nicht, dass du die Umzucht begonnen hast? Jede Frau, die so auf den Hadith und der Prophet sagt ungefähr Bedeutung, wenn eine Frau, ich sage nicht zum Markt geht, zum Moschee geht, parfümiert zum Moschee geht, sie gilt als Ehrbrecherin, ob sie Umzucht begonnen hat und ihre Gebete, die Pflichtgebete werden nicht angenommen, erst wenn sie sich komplett, wenn sie nochmal Körperwaschung macht, sich komplett waschen macht im Islam, erst dann werden ihre Gebete wieder angenommen. Das heißt, die Frau, die parfümiert rausgeht, egal wohin sie geht und die Männer riechen das an ihr, sie gilt bei Allah, subhanahu wa ta'ala, ob die Umzucht begonnen ist. Und guck mal, den Trick vom Scheitan, wenn er nichts dazu bringt, für die Frau, dass sie Umzucht begeht, er macht das auf diese Art. Geh doch parfümiert raus, ist doch nichts Schlimmes, du hast nur Parfüm, du betest ja doch, aber all deine Gebete, die du betest, solange du parfümiert bist, werden nicht angenommen. Was für ein Verlust ist das? Erst wenn du dich komplett wieder wäschst, nach der Sunna von Rasulullah, sallallahu a'ala, sie, aber es ist ja nur Parfüm, es ist für sie kein Problem, aber Allah sagt im Koran, Und sagt dann, wie viel Allah besitzt im Koran, und es für eine leichte Sache gehalten habt, während es bei Allah eine ungeheilige Sache ist. Und wir haben gesagt, Ibn al-Qayyim sagt, Rahimahullah, sagt ja, je kleiner die Sünde in deinen Augen ist, desto gewaltiger sie ist bei Allah, subhanahu wa ta'ala. Du siehst, es ist nur eine kleine Sache, ich habe doch nichts gemacht, ich habe nur geguckt, ich habe doch nur Parfüm benutzt, ich wollte nur gut riechen da draußen. Aber Allah hat das verboten. Wenn Allah etwas verbietet, das ist doch für dein Bestes. Das heißt hier, der Satan macht immer die Sünden, die großen sind in unseren Augen, so klein, so klein, die haben keinen Wert an unseren Augen. Aber bei Allah sind sie ungeheilig, und dafür bekommt man sehr gewaltige Strafe. Er sagt, willst du dann noch mehr hören, mehr Wissen über deine Sünden? Sieh, was noch? Das ist doch genug. Er sagt, nein, es ist nicht genug, mein Ziel ist nicht nur, dich ins Höllenfeuer zu bringen, sondern mein Ziel, dich in die tiefste Stufe des Höllenfeuers zu bringen. Wir begnügen uns mit der ersten Stufe, vielleicht im Paradies. Aber er, Adu Allah, begegnet sich nicht damit, dass uns nur ins Höllenfeuer bringt, in Jahannam vielleicht. Er will, dass wir ganz tief fallen in Jahannam, weil das schlimmer ist als Jahannam, A'udhu Billah. Das heißt, guck mal, was für Worte er gesagt hat. Er sagt, nein, es ist nicht genug, denn mein Ziel ist nicht nur, dich ins Höllenfeuer zu bringen, sondern mein Ziel, dich in die tiefste Stufe des Höllenfeuers zu bringen. Sie sagt, möge Allah dich verfluchen, was für einen Hass hast du denn? Er sagt, du trägst die Last von dem und von dem und von dem. Er hat ihr eine lange Liste gesagt. Sie, du lügst, ich kenne sie noch nicht mal. Wie soll ich denn die Last von denen tragen? Wie denn? Sagt sie zu ihm. Er sagt, richtig, du kennst sie nicht, aber erinnerst du dich nicht, an dem Tag und dem Tag, du bist rausgegangen, mit enger Kleidung, schwankend, du hast dich geschminkt, du hast dich gestylt, hast du das vergessen an diesem Tag? Er sagt, das zu ihr. Du hast dich zu schauen gestellt an dem Tag. Sagt, in diesem Moment wurdest du im Himmel und auf der Erde verflucht von den Engeln, sogar von Tieren wird diese Frau verflucht. Sagt, du hast viele in Versuchung gebracht oder geführt in diesem Moment. Viele Diener Allahs, die gerade mal Reue gemacht haben, die noch schwach sind. Du bist an denen vorbeigegangen, schwankend, du hast sie dazu gebracht, dass sie dich angucken. Vielleicht warst du der Grund gewesen, dass deren Reue, du hast deren Reue dadurch verdorben. Manche von denen sogar aufgehört, diese Reue zu machen, weil sie dich haben wollten. Und manche, die standhaft geblieben sind, du hast deren Herzen wehgetan und du hast sie dazu gebracht, zu gucken. Sagt, du trägst all das, denn lass uns diese Sünde von denen mit. Jau mal Qiyama, du hast die gleiche Strafe wie die. Sagt, liebe Brüder, weil, wenn du etwas Schlechtes sagst zu jemandem, du rufst jemanden beispielsweise, der sagt, ja, lass uns einmal vielleicht eine Party machen, Frauen einladen, Alkoholparty. Einmal, derjenige, der dich eingeladen hat zu dieser Tat, er wird sowieso selber bestraft, für diese Tat, die er gemacht hat, und noch trägt er die Last von allen, die anwesend sind. Aber manchmal dürft ihr nicht vergessen, dass durch unsere Handlung gebieten wir das Gute oder das Schlechte. Das heißt, wenn du Fromm bist und du senkst die Blicke da draußen, MashaAllah, das Muslim, und viele Musliminnen sehen dich, sagen, MashaAllah, guck dir diesen Bruder an und diese Schwester an. Sie guckt ihm auf den Boden, MashaAllah, guck mal, die Schwester, die ist mit Niqab oder die ist, MashaAllah, sehr gut verschleiert. Sie ist Fromm. Und du hast nicht mit ihm Da'wa gemacht. Dieser Verhalten von dir genügt, dass man diese Leute einlädt zu guten Taten. Diese Menschen folgen dir, kehren zurück, sie erinnern sich an Allah, sie fangen an, gute Taten zu machen. All die ganze Belohnung, was die gemacht haben, bekommst du genauso mit. Aber vergiss nicht, wenn du eine schlechte Tate draußen machst und dich jemand sieht und du bist mit Bart und nimmt das alles vor und macht das Gleiche wie du, du kriegst die gleiche Bestrafung auf ihm, weil der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagt hier, ebenso wird derjenige, der die Leute zu bösen Taten aufruft, die gleiche Bestrafung erhalten wie diejenigen, die ihm gefolgt sind. Das heißt, wir müssen achten auf unsere Fall. Diese Frau, die so rausgeht, schwankende, mit engen Kleidung, ja, und sie provoziert die Männer, die Musliminnen besonders, die Frauen sind die Armen, die werden dadurch schwach. Diese Frau trägt die Last von all denen, die sie angeguckt haben. Und sogar der Hadith, der sagt, derjenige, der guckt und der, der angeguckt wird, beide sind verflucht. Beide sind verflucht, alayyadu billah. Der Schatan sagt zu ihr, du kannst dir nicht vorstellen, wie hart die Strafe Allah sein wird, denn du bist das Feuer, die ich mit eigener Hand gezündet habe und du bist mein Pfeil, womit ich die ganze Zeit getroffen habe. Das heißt, du bist mein Lockvogel gewesen, um meine Ziele zu erreichen, um die Muslimin, deren Reue zu verderben. alayyadu billah. Sie sagt, ich sage jetzt, das Glaubensbekenntnis, vielleicht rettet mich das noch. Dann sagt er zu ihr, adu Allah, sagt, so habe ich von vielen gehört, aber das ist nicht so einfach, wie du denkst. Sag, hättest du dafür was getan in deinem Leben, Zeit? Hättest du dich für diesen Moment vorbereitet? Das hättest du dann leicht sagen können. Wärst du fromm gewesen? Wärst du tugendhaft, rechtschaffen gewesen? Hättest du Angst gehabt vor Allah subhanahu wa ta'ala? Hättest du gebetet? Hättest du die Pflichte nicht vernachlässigt? Hättest du dich, wie sagt man das, hättest du dich an das sich hüten vor Allah subhanahu wa ta'ala gehalten? Hättest du Forst vor Allah subhanahu wa ta'ala gehabt? Hättest du die Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala nicht überschritten? Hättest du seine Befehle befolgt? Dann wäre es einfach für dich. Dann hätte Allah dir geholfen in diesem Moment. Hätte Allah dich befestigt in diesem Moment. Aber, ich schwöre, sagt er selber, dass das Wort dieser La ilaha illallah wird für dich jetzt in diesem Moment schwerer als die ganze Berge dieser Erde sein. Das wird schwer für dich sein. Sagt er zu ihr, aber du sollst wissen, dass ich sowas nicht zulassen werde. und in diesem Moment wollte ich eigentlich viele Geschichten erzählen, neue Geschichten von Menschen, frommen Menschen, wie sie gestorben sind. Das heißt, der Mensch, der Ibn Umar sagt, der Mensch wird so sterben, wie er gelebt hat und wird so auferstehen, wie er gestorben ist. Und ab nächsten, nächsten Samstag werde ich weitermachen. Das sind sehr schöne Geschichten, von frommen Menschen, wie sie gestorben sind und von anderen, die einen schlechten Abgang haben, die beschäftigt waren mit desser적인 Leben, weil das, womit wir beschäftigt waren, dominiert unsere Herzen beim Sterben. Möge Allah unsere Herzen befreien von Liebe, von desser적인 Leben und möge Allah uns einen guten Abgang schenken. Jazakum Allah khair, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa and, astaghfirukallahumma atubu ilaikum.